Ich hab ein paar Songs geändert, ja. Was passiert? Hallo? Hallo, was passiert? Wir haben uns hier Boxen. Von wem? Von mir. Halt die Schnauze! Ich hab ihn angefahren. Mahlzeug! Mahlzeit! Echt zu viel. Wer? Ah, den Typ, der bald eine kassiert. Der mit der Mütze, den kenne ich irgendwann. Der sieht aus wie... Skirt ist, oder? Der will nicht mit dir reden. Wahrscheinlich. Mit mir auch nicht. Also... Was geht ab? Nicht viel bei dir. Was geht ab? Was? 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 Wie bitte? Wie bitte? Was? Was macht ihr? Wir haben uns gestern gar nicht mehr übernachtet. Die darf wohl nicht bei dir schlafen. Ja. Warum? Weil du bei uns schlafen sollst. Aber dann musst du ins Hundecab. Damit ich euch beobachten kann, dass ihr keinen Quatsch macht. Wir haben gestern Super Nintendo noch gespielt. Und wer hat gewonnen? Meine Zuckerschnute. Ich. Ich habe gewonnen. Stimmt nicht, du bist gestorben. Ja, du auch. Das stimmt nicht. Ich glaube, ich muss da wirklich hin. Mitkommen. Ja, ja, ja. Wallah, du hast dich verändert. Wallah, du hast dich verändert, Milo. Warum? Weiß nicht. Wie wärs noch, wenn du dich umziehst? Du läufst schon seit drei Tagen gleich Klamotten um. Ich habe mich vorher nur umgezogen. Heiß Sanjo. Boah. Der hat die selten Klamotten angehabt. Der Stinger Schuhe. Und ich wollte nicht mit denen... Wo hast denn du den Baseballschläger her? Den habe ich gefunden. Wohl, denn in den Müllertäune? Ja. Gut, dann gehe ich mich halt umziehen. Ich gucke zu. Warum? Ich bin Modepolizei, nämlich Sticky. Ja. Und ich brauche noch einen Schlüssel vom Sterling. Ach so, ja, können wir machen. Schlüssel, wo macht man Schlüssel? Darum umarmst du mich nie, wenn ich komme nach draußen? Mach ich voll? Wollen? Wollen? Hä, wohl auch? Du umarmst, du machst bei mir keine Umarmung. Nee, nee. Doch. Nein, nein. Ich habe dich umarmt. Die letzten Tage immer, immer. Ganz oft habe ich dich umarmt. Weil du, weil du so frech bist. Nämlich dann bist du weg. Ey, ich habe, ich war für gar nichts gesagt. Was? Wo fährst denn du hin? Lüssel machen. Ach so. Und wie geht's dir? Ähm, mir geht's pechtig, pechtig, wunderpechtig. Und dir? Mir geht's auch gut. Und das fällt mir. Aber ich habe ein Zucken recht neu. Da ist bestimmt ein Schlagade. Was? Ja. Ich bin hochgestanden heute Morgen um 16 Uhr und dann war das ein Zucken. Ein Zucken? Ja. Wollen wir zum... Wollen wir zum... Wollen wir zum... Zum... Ja, wohin geht man damit? Ja, zum Arzt. Ja. Wollen wir da hin? Aber ich habe ein bisschen Zahnpasta drauf gemacht. Vielleicht geht es weg. Nö... Äh... 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 Wo... Weißt du, ich fahr gar nicht. Ich... Ich fahr einfach gar nicht. Lass mich... Warum Fragen stellen? Das ist... Das ist okay. So... Ein... Ein Schüssel von... Sisterling... Bitte auf Karte... So wie die... Was machen wollte? Ähm... Wollen wir spielen gehen? Was denn? Weiß noch nicht. Ist heute nichts los? Dann... Bisher überhaupt nicht. Tode Hose. Warum musst du das jetzt sagen und mich ärgern damit? Äh... Hallo? Der wegen Tode Hose. Nicht... Nein! Ich kann auch nichts dafür. Nein! Ich... 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 Wenn das Ei zuckt, geht nichts. Geht nichts. Ich... Hallo? Ich... Ich wollte nicht... Ich wollte nicht... Ich wollte nicht... Ich wollte... Ich wollte... den Angler. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht bist du ja wohl der Grund dafür? Ich? Mhm. Warum? Warum bleibst du still? Weil ich kann das voll unloggeln. Was? Was? Hä? Warum sollte... Hä? Warum sollte ich den Grund dafür... Ja, vielleicht spresst du mich zu sehr mit deinem Flirtengedöns und so? Ich flirte doch gar nicht. Ich flirte doch gar nicht. Ich kann nicht flirten. Weißt du, wie ich flirte... Kennst du diese Kinder? Die auf Wellen zu rennen und dann weglaufen? So flirte ich. Ich kann nicht flirten. Ich kann nicht flirten. Ich kenn solche Kinder nicht. Ich schon. Du solltest nicht mit Kindern in einem Meer rumbrennen. Das sieht komisch aus. Ja, Erwachsene fragen mich aber nicht nach meinem Lieblingstier. Ich... Ich kenn dein Lieblingstier. Welche? Ein Giraffe. Ein Giraffe? Ein... Ein... Ein Bibery. Bibery. Der Hound. Wauwos. Aha. Und wo ist mein Viert Lieblingstier? Ameisenbär. Das ist nicht wahr. Und warum? Weil du mich nie nach meinem Viert Lieblingstier fragst. Was ist denn mein Viert Lieblingstier? Pinguin. 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 Kinderpinguin. Pinguin. Pinguin. Und dann kommt Quauquappen, weil die Zins so lustig haben. Aber du tötest Quauquappen. Ja. Und was ist mein Lieblingstier? Dein Lieblingstier sind Fabelwesen. Das stimmt nicht. Wohl. Nein. Sackworten. Grüße. Mahlzeit. Grüße. Tag. Entschuldigung. Oh. Pinguin ist sauer. Wo noch führe ich mich denn heute? Puh. Piratenhut und Zahnseide. Auf jeden Fall Gummistiefel. Weil wir sollten nass werden heute. Hat der Wetterfurcht gesagt. Echt? Mh. Oh oh. Ringo sauer. Was? Ein paar Tarsani. Dünner süß sauer. So. Fahren wir mit den Hosen an, oder? Mhm. Das sieht gut aus. Was gibt's nach zu lachen? Die Ati-Diskokugel. Pah. Mh. 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 Oh la la. Oh. Schockgesell. Ja. Mh. 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 Ein Hauch von Kleidung. Ein Hauch von Kleidung. Oh. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hhhhhh. 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 Hhhhhhhh. Hhhhhh. Hhhhhh. Da kann ich ja kurz sehen was geht's. Mein Freund. Ja ähhm. Wer zieht so was an? Ich weiß nicht. Wer zieht so was an? Ohh. Mh. Das ist nicht sticky-approved. Nicht was? Nicht sticky-approved. Kennst du nicht? Der Modedesigner Sticky-Icky? Kenn ich. Da zockt mein Ei. Kaltes Kurschermapparat. Moment, ist nicht mit Nachnamen, Alter. Weil ich habe die Nummer nicht gespeichert. Wie jetzt? Mann, das war Spaß. Ich war gerade auf dem Weg und wollte nicht wegklatschen, Alter. Also, Dings ist da, Alter. Soll ich mit dem eine Uhrzeit ausmachen? Ich weiß nicht, wo Johnny ist. Habt ihr nur nicht gesehen? Okay, dann warten wir noch. Man ruft mich an, wenn Johnny da ist. Weißt du, was deine Frau wollte? Was meine Frau wollte? Ja, die hat mich angerufen. Was wollte die? Ich weiß nicht, ich habe ja zurückgerufen, die geht nicht an. Ach so, ich wollte sagen, ich habe kein Badewasser für Johnny. Das ist für Spaß, Johnny. Der hat noch kein Badewasser für Johnny. Oh, dann wird das günstiger. Mhm. Okay, bis später. Tschüss. Ruf mich an. Ja. Ach so, wir wollten doch von Memo sein. Fancy. Oh. Was denn, Ultras? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ultras, Bruder. Du hast gar nicht Stopp gesagt. Du hast empfohlen mir. Ja, was machen wir? Ich war am Telefon. Du hast nicht Stopp gesagt. Ja, du musst... Ja. Was ist mit dir? Bist du krank? Ich glaube, ich werde krank, ja. Wofür, du stirbst du. Boah, du Rixer, Alter. Der Mr. X ist da, wir können einen Treffen organisieren. Welche Bistin X? Boah, du weißt doch. Ich bin gerade auch wirklich auf dem Schlauch, ne? Boah, den Dings. Fisch, Fisch. Achso, den Ding. Ding, den Ding, den Ding, den Ding. Ja, wo, wann? Ja, sag du, wann du Bock hast. Jetzt gleich schon. Jetzt gleich? Ja, klar. Okay. Ich sag halb neun so. 20 vor. Okay. Oh, da ist ein Hund. Bau, Bau. Oh, da draußen. Da hast du ein Bau, wo halt gebellt. Den Klauen will, ne? Ja. Oh, Courtois. Nein, Zeit. Was geht? Die brauchst du nicht. Johnny ist da, wir haben Zeit. Kannst du schon klären. Am besten nächste Stunde. Das sehe ich auch so. Ich finde, um neun ist viel besser. Ja, genau. Das mache ich. Okay. Okay. Tschüss. Ich geh mal kurz den Hund holen. Tschüss. Warte hier. Ja. Hi. Hau auf gegen die... Wie laut pisst du? Bleib ja hier, Dreckshöhle. Böser Hund. Bleib still. Bleib hier. Ich krieg nicht. Wuff, 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 wuff. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff. Ich krieg nicht. Wuff. Sitz. Platz. Lecker. Bist du nicht tot. Lecker schön. Wie heißt... Boah. Mahlzeit. Ja, um 9 Uhr ist cool, aber wir haben noch keinen Platz. Lass mal gleich treffen und zusammen einsuchen, wo der gute Undercover ist. Was ist Arcade? Ja, wo wir waren. Mit dem Keller. Ging aber voll in der Bäckerei. Nee, da gibt es nur einen raus und rein. Und außerdem zeigen wir ihm dann den Ort, wo wir die Geile sind haben. Das ist ja kompletter Quatsch. Du lachst aber auch manchmal. Ich rede nicht mit dir. Ich telefoniere, Alter. Nee, nicht überlegen dir was. Wir suchen was. Wo ist der Hund? Ja, der Hund, den haben wir eben auch gesehen. Hör auf, Kaka zu machen. Wollen wir nicht zusammen einen Ort suchen? Ja, ich überleg mir was. Ja, ich auch. Und dann tauschen wir uns aus. Okay. Halb Treff, halb reden wir. Okay. Ja, Lucy, let's come off Unity. Und spiel einen Hund für uns. Oder eine Katze. Wie ist dein Name, Wubu? Komm mit, ich zeig dir Mila. Die will dich adaptieren. Komm. Ich hab lecker schönen Cheeseburger. Komm. Komm. Dann nicht. Dann nicht. Mila, der Hund hat gegen unser Auto gepinkelt. So ein Hund. Komm schnell, der ist draußen. Nimm mit. Klopf, klopf. Du, du, du. Ja. Beeilung. So ein Trinde weg. Du wolltest dir einen Hund haben. Ja. Da ist ein golden Receiver. Da vorne liegt er. Ich hab den getreten. Was? Sein Name ist Mango. Mango? Ja. Hey, Mango. Und der hat gegen unser Auto gepinkelt. Hast du den tot gehauen? Nee. Hallo, Hund. Wow, wow. Hallo? Mach Sitz. Der hat keinen Sitz gemacht, ne? Der kann keinen Sitz. Doch, mach Sitz, Mango. Siehst du? Da ist aber Platz. Das ist nah dran. Lass den in Ruhe. Komm, wir nehmen den einfach mit nach Hause. Aber der gehört uns. Doch, der hat kein Nummernschild. Und du bist ein süßer Held. Mach mal. Ja, fass das Nabas Kind. Hey, warte. Was ist der Black Temple? Wir haben den Hund gepulten. Habt ihr den geklaut? Ja, wir klauen den. Wir packen den jetzt einfach ein. Warum habt ihr den? Hast du den gehauen? Nein, ich hatte nichts gemacht. Ich hatte nur gebellt. Bitte. Komm, wir nehmen den mit. Willst du mit uns kommen? Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht aus wie so ein Hühnchen, alter. Frisch aus dem Ruh. Das ist ein Golden Receiver. Willst du mit? Wir sind cool, Leute. Der pinkelt während er rennt. Ey, der pisst hier rum. Der pisst da rein. Der hat dich angepinkelt. Der läuft aus wie Gäste. Der pisst aber ziemlich laut. Wie viel habt ihr den zu saufen gegeben? Geh weg. Willa, nimm den einfach mit im Auto. Komm, Mütchenchen, komm. Komm, wir haben einen Cheeseburger. Komm, Nickerchen. Komm. Hallo? Ich bin paralysiert. Ich bin... Aber der Kedavra. Ähm. Haha. Ähm. Sollen wir den hier lassen oder mitnehmen? Ähm. Ich weiß nicht, ob der mit will. Mach Sitz. Na dann. Mach einen Handstand. Na dann. Und er kann keinen Handstand. Na klar. Äh, äh. Nimm die Hand hoch. Nimm die Hand hoch. Ich glaub, ich glaub, der kann sowas nicht. Aber der macht Sitz. Eigentlich ist das Patz, wenn du mich fachst. Lippe? Lippe. Was, Lippe? Oder Fußsohle. Das ist dein Name. Was? Nein. Oder Aschenbecher. Das ist ein total dummer Name. Wieso würdest du ihn sonst nennen? Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der männlich oder weiblich ist. Ich glaub, der ist männlich. Männlich? Der hat mich das Bein gehoben. Okay. Hm. Dann nennen wir den... Wir müssen den Leckerchen geben. Dann kommt mit. Dann nennen wir den Peanut. Peanut? Peanut. Ich hab nix, kein Leckerchen bei. Ich... Ich auch nicht. Hab nur... Bitte, hast du was zu essen? Warte, ich hab... Ich hab hier ein Chickenwing. Kannst du den machen? Ja, gib mal. Die sind böse, Prima. Hört sich an wie ein V8-Motor. Die ist das. Der kann voll gut... Komm, willst du den Leckerchen hier? Wird du ein Chickenugget? Wird du ein Chickenugget? Du hast mir... Weißt du, ich geb ihm den einfach. Okay. Warum greifst du auch dahin? Ich wollte mir Mund das geben. Du Fettsack. Ach, du... So. Ihr Bittchen. Wie heißt der? Peanut. Peanut. Da ist jetzt Peanut. Guck, der ist den. Feini. Willst du mit ins Auto? Hört sich an wie meine Ecke. Meine... Oh! Wir nennen eine Memo. Wir behalten den. Wir werden mitkommen. Wir können ja mal die Tür hinaufmachen. Vielleicht steigt der ein. Ja, mach mal die Tür auffütteln. Ja? Ja, wo bist du denn? Bin mit dem Klamot online. Mach mal gar nichts. Ja, wie lange brauchst du noch? Nicht mehr lange. Ja, du musst die Tür aufmachen. Die Kleine. Mein Gott, Mila, das müsste wie... Halt deine Fresse, du hässiger Hund. Aber wir ist ja jetzt auf einmal so... Aschloch. Ich komm jetzt zum Park. Ja, komm mal bis zu zum Park. Du musst die Tür aufmachen. Ja. Ist auf. Gar nicht. Peanut, willst du mitkommen? Komm mit nach Hause. Du kannst unten im Keller den Körpfen beißen. Der ist auch ganz dick. Komm. Komm hier. Ich glaube, du willst Fahrrad fahren. Ja. Okay. Der will nicht schmilzt. Nee. Der rennt dem Fahrrad hinterher. Da ist ein Fahrrad fahren. Oder der will... Als ob der dem gehören will, oder? Na, wie du stinkst. Ja, oder? Oder laufen mit dem. Laufen? Ja, dann fahr ich. Guck, der rennt dem Fahrrad hinterher. Ja. Aber der Fahrrad ist schon weg. Der Fahrrad ist schon weg. Oh, oh. Nicht überfahren. Ah, ah. Aber der sollte links und rechts gucken. Der hat keine Augen. Ah, jawohl. Der riecht ihn noch. Oh, nein, 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 nein. Der hat sich tot geforscht. Du hast den Hunde befahren. Peanut. Peanut. Ihr habt den Hund getötet. Ihr habt den Hund getötet. Eier, 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 ich hab gesagt, du kannst kein Auto fahren. Ruf einen Krankenwagen. Der lebt noch. Wir brauchen einen Tierarzt. Nein, der ist... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, auch nicht. Ich ruf gleich zu. Ruf schnell, einen Tierarzt. Schnell. Frank weiß doch bestimmt, was man mit Hunden machen muss. Wer? Ihr habt den Hund angefahren. Das gibt es Krieg. Hundi, das tut mir leid. Lebst du noch, Hundi? Der ist tot. Der lebt noch. Ey, wir haben einen Notfall. Wir haben einen Notfall. Egon hat den Hund angefahren. Das Ding fiegt jetzt hier rum auf der Straße. Was macht man da? In den Kopf schießen, oder? Nichts im Kopf schießen, schießt die gleich im Kopf. Ey, Gott, du sollst ihm im Kopf schießen, sagt Frank. Nicht weinen. Hä? Vor dem Junkie Park direkt. Der Arzt kommt. Aber ein Tierarzt kommt. Ja, ist ein Goldener. Sag, abknallen? Nein. Wir knallen den nicht ab, hallo. Frank sagt, du lässt ihn abknallen. Er sagt, OG roll. Ich schau euch ab, ne? Ey, Egon, also Frank hat das gesagt, ne? Ich bin da fein raus. Ich halte das so, die Bühne nicht haben. Sein Bein ist kaputt. Die haben den Hund getötet. Oh, mein Höllchen. Alles okay? Peanut, lebst du noch? Nein, die ist okay. Die versuchen, den Hund zu retten. Der Hund ist gestorben. Was, wo? Vom Junkie Park immer noch. Bis gleich. Ich habe sein Ball wieder gerade gemacht. Ja, wir haben gerade einen Hund überfahren. Das dauert noch ein bisschen. Einfach auf 4, du hast ihn gelassen. Schön weiter. Du hast ihn nur befahren. Wir sind hier beim Junkie Park direkt an der Ecke. Geht ihr, Lutscher? Ja, wir holen dich gleich ab. Tschüss. Ja, weiß ich nicht, bis der Tierarzt kommt oder was? Wo geht ihr, Lutscher? Geht ihr, Lutscher? Alter, jetzt nervt mich nicht. Weißt du, Kurt ist, glaube ich. War das euer Hund? Wir haben den gefunden. Die haben den gefunden. Egon, Egon. Du bist das schlimmste Menschen, die ich kenne, ne? Tschüss. Wieso bin ich der, was? Weil du bist der schlimmste Mensch, den ich kenne. Du hast ihn überfahren. Du hast ihn getötet, Jungen. Du bist der schlimmste Mensch, den ich kenne. Du kannst ein hilfloses Tier töten, Mann. Habe ich nicht gemacht. Der wollte ihn in den Kopf schießen. Jason wollte ihn in den Kopf schießen. Ich nicht. Ich wollte gar nicht. Ja, das passt zu Jason, Alter. Das ist auch voll der Tiermörder. Wann kommt das Tierarzt? Ist unterwegs. Die haben sogar gerade einen Dienst. Oh, ich höre doch schon was. Arme Peelnaut. Goldene Receiver. Er ist da. Ganz ruhig. Ganz ruhig, keiner. Hast du gerade gesagt, goldene Receiver? Ja, der Hund wurde angefallen. Ach, die Lexi. Die haben den angefallen. Das war nicht mit Absicht. Was ist hier los? Die haben den Hund angefallen, Jungen. Ich denke, die sollen den einschläfern. Ach, du scheiße, Alter. Bin ich genauso dafür, Fang. Danke. Ich schläfe euch alle ein. Ist die Türle jetzt kaputt? Nein, der weint noch. Der lebt noch. Hallo. Hans-Peter sagt, du kennst doch jeden Hund in der Stadt. Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre vielleicht Mali, aber das könnte Lexi sein. Nee, Mali ist ein Husky. Der heißt Peanut. Peanutball. Na klar, dass der Kies in Bidamen fährt. Ey, was tut. Dass du überhaupt hier stehst. Was glaubst du bist in meinem Turf, Motherfucker? Hast du nicht Schulterschmerzen von gestern, oder? Bin noch jemand fliegen? Oh, hier nix gefunden. Armer Hund. Ja. Das hat er mit Absicht gemacht. Der hat sogar nur gehupt. Und Mittepfänger aus dem Fenster gezeigt. Ich weiß nicht, Curtis, habt ihr irgendwie Hundemark oder so gefunden bei dem? Nee. Dann nimm den mit. Wer ihn anfährt, darf ihn behalten. Bist du schon so alt, dass du nen Führungshund baust? So nen Blindenhund. Jungs. Oh Mädels, ich trage nen Rollkragen-Pulli-T-Shirt. Der Salame. Der Salame. Weißt du, was das Interessante ist? Genau dieses Scheiß-Outfit, was du an hast. Mit dem Scheiß-Rollkragen wollte ich mir gestern auch ballern, aber hab's gelassen. Ja, zum Glück. Das fühlst du genauso aus, wie er jetzt. Ach, da, Janik. Wo ihr gerade hier seid, kommt mal mit Joni, Curtis. Nö. Du bist kein Hunderliebhaber. Du willst den Heimschläfer, du Wichser. Als ich dachte, da liegt der Hund, dachte ich, du meinst Curtis. Fensack. Und wieder mal hat der Kiez meine Träume zerstört. Warum? Scheiß Kiez, können nur Geiselnamen machen. Ja. Wollt ihr den Hund adoptieren? Ich hab auch gehört, die vom Kiez sind voll die Penner. Was war denn dein großer Traum? Warum wolltest du aus dem Hund jetzt einen Bartwurst machen? Nein. Warum nicht? Wolltest du ihn behalten? Ja, ich wollte ihn behalten. Ja, nimm. Wie kann man denn sagen, dass ein Hund eingeschläfert werden soll? Hast du missgeburt? Komm, lass ihn. Na ja, wenn er leidet. Oder auch einer leidet. Dem geht's ja nicht so gut, nicht? Und wenn der nicht mehr wird, dann muss er eingeschläfert werden. Nö, der tut ihm Leben verdient, du Idiot. Genau. Das ist gemein. Gleich gibt's ein Brettchen hier. Warum bist du ein Jaxhund? Ja gut, aber... Da muss man sich die Frage stellen, ist es denn ein gutes Leben, wenn du Schmerzen hast? Der kann aber behandelt werden, der hat keinen Schmerzen mehr. Ja gut, dann ist der Bier aus anders. Ich tue ihm einen Kinderwagen. Dann ist das was anderes. Soll man einen Menschen, der keine Beine mehr hat, auch töten, weil er nicht mehr laufen kann? Ja. Ich weiß nicht, wenn er Schmerzen hat und hat gerne Mühe. Warum unterhalte ich mich eigentlich mal durch? Eigentlich hast du nur eine Kugel für die Aussage verdient. Ich weiß nicht so. Also was Tiere angeht, kann ich nur nachvollziehen. Menschen jetzt nicht so. Ja, das stimmt. Ey, Wilhelm. Hm? Willst du einen Hotdog haben? Scheiß Tierquill da. Ich hab Schnitzelbrötchen eben gegessen. Ja, aber... Ach, Digga, du hast den Joke nicht verstanden. Ich bin jetzt wirklich einen Hotdog dabei, ne? Ach so. Aber den ist halt ein Hutzer, deswegen... Okay, das hat gedauert. Bitte noch? Ja. Okay. Also wenn ihr den, Anführungsstrichen, behalten wollt, wenn es wirklich jetzt, ne, ich sag mal, ein wunderschöner Streuner ist... Das ist ein Golden Receiver. Betriever, nicht Receiver. Nein, das ist ein Receiver, der hat einen Ten auf dem Kopf. Deswegen ist Jack eigentlich besser. Ich muss einfach noch hochnehmen, nach Valitum. Ich zahl die Arztrechnung. Alles gut, passt schon. Aber ihr könnt gerne mit nach oben kommen, sonst. Wir kommen mit nach oben. Ja. Nach Palete und Spanghaus. Genau. Man, halt die Schnauze und red nicht so laut, du Affe. Ich red extra so laut, damit du weißt, was für ein Brett steht. Halt die Klappe, sonst gibst du echt ein Brett. Scheiße. Ja, komm her, zeig! Ja, da ist alle irgendwie... Milla war jetzt solche Choleriker geworden, wo ich nicht da war. Ach, das ist ein alter Choleriker. Der rennt hier mit seinem Rollator rum und denkt, er wird der Bus der Stadt. Der kriegt gleich einen unter die Löffel gehauen. Dioter. Vielleicht hol ihm den Kerl kelt. Okay, ich packe die. Was hast du vor? Ey. Gut, dann redet er nicht mit mich. Was willst du? Was hast du vor? Da, geh mich nicht auf den Sack. Junge, willst du verarschen? Deine Schnauze, du Wichster. Bei Tiro hört es Spaß auf. Gibt's bald eine Moulterei. Was machst du denn? Ich frage dich nur, weil ich dich frage, was du vorhast. Was willst du denn? Ich frage dich nur einfach nur, was du vorhast. Ja, ich fahr mit dem Hund da oben. Der kommt da an und sagt, man soll den Hund im Kopf schießen und so. Der soll sich ja verpissen, sonst fick ich die gleich alle. Vollidioten. Du musst aber nicht direkt so ausrasten. Ja, doch. Da kann ich nix für. Ja, aber wie kann man so bescheuert sein, weil die sollen sich verpissen hier. Der brauche nicht mehr anrufen, der kann man in Schwanz lutschen. Affenkees, Alter. Komm runter. Voll die Mongoloiden. Missgeburten. Mongoloiden wollte ich nicht sagen, aber der regt mich auf, Alter. Eiskiees. Ja, sollen sich ficken gehen. Ja. Aber hast du gesehen, wie Angst Frank vor mir hat? Weil ich gefärblich bin, nämlich. Die sollen sich jetzt gegenseitig einen Schwanz lutschen. Mach nix damit, den. Ja. Kommt da rein und sagt, man soll das Tier im Kopf schießen. Das kann... Ich schieße dem gleich mal im Kopf. Ja, oder? Arme Pina. Ja, das kannst du machen. Ich schieße dem Kopf. Ich schieße dem Kopf. Genau. Du machst das aber, oder? Ja, ich mach alles scheiße über dich. Okay. Wallah, bitte komm, ich mach nix mehr über den. Nix mehr? Nö. Außer die tun was für den Hund. Die müssen Schmerzensgeld zahlen. Sonst sind wir keine Freunde mehr. Die haben wir denen angefahren, ne? Und die zahlen nicht mal die Arztrechnung jetzt. Diese Schwanzlutscher. Nix mehr die Arztrechnung, Schwanzlutscher. Ich nehm denen alles weg. Ich mach jetzt ne Molkerei gegen die. Was? Ma... Ne Molkerei? Ne Molkerei. Was macht man da? Ich mach nix mehr mit denen. Nix mehr? Nö. Ich auch nicht. Und ich sag auch allen anderen, dass ich nix mehr mit denen mach. Ja. Und erzähl denen die Geschichte von Peanut. Hatten wir eh noch irgendwas mit denen vor? Ja. Echt? Ich erzähl denen die Geschichte von Peanut. Ja. Und dass die einen Hund abknallen wollten. Genau. Ich erzähl das in der ganzen Stadt vorhin. Diese Tierquäler. Tierquäler. Die quäler. Die quäler. Die quäler. Und sagen, wir schießen denen im Kopf. Gut, dass wir da waren. Da kriegst du nen Hals. So ne Krawatte. Weil der Hund nicht verletzt gewesen, hätte er wahrscheinlich mit dem ne Geiselnahme gemacht. Spinner. Ja. Pssst. Heute, wenn der Fink schläft, dann brich ich bei ihm ein und mach seine Hand in Wasser rein. Warum? Der pisst dich so schon in meine Hose. Der ist alt. Oh, stimmt ja. Wie alt ist er eigentlich? Block über 50. Ja, oder? Ja. Das sieht er schon aus. Der hat schon seine Pferden. Und Falten. Und ohne Viaga geht geht nichts. Geh nichts. Da sieht er nur aus wie ein trauriger, geile Pfannenrüssel. Das ist schmutzig. Muss jeder irgendwann Viaga nehmen? Ich nicht. Nein? Nö. Okay. Ich tue einfach nen Bleistift runterkleben. Wo ist denn das Krankenhaus? Hier. Hier. Jetzt links. Ja. Hier. Hier. Da vorne. Ja. Hier. Und hier kannst du parken. Oh, ist voll. Oh, ist voll. Oh, ist voll. Hast du was zu tinken bei? Was zu tinken? Äh. Warte, da schau ich doch gleich mal. Oh, ja, hier. Danke. Und der Knopf von den Hosen ist auf. Oh, Upsi. So, schon. Schon wieder zu. War's gut. Hat keiner gesehen. Das war nicht peinlich. Problem. Du hast ja heute einen Pink Fluffy Unico im Schlüppern. Man hat das einunges gesehen. Nicht so. Ist heute der Waschtag? Äh, äh. Ich hab mich heute danach gefühlt. Was ist Peanel jetzt hier im OP? Weiß nicht. Glaubst du, der muss in einen Rollstuhl? Oh, nein. Bitte nicht. Zum Glück haben wir nur von Uppet und Pampers. Ja. Hallo. Willkommen. Kann ich ihm weiterhelfen? Wir warten auf unseren Hund. Der Peanel hat wohl gerade angefallen. Und die Frau Doktorin hat gesagt, wir müssen nach oben kommen. Ja. Ja, das sieht aber ein Krankenhaus. Die Tierklinik ist, äh, am besten Straße weiter. Ach so. Ach so. Es gibt nur eine Tierklinik. Ja. Okay, danke. Danke. Ich dachte, der will die behandelt. Aber wo sollen die sein? Das geht abfängig. Boah, ich wusste gar nicht, dass die eine Tierklinik haben, Alter. Uff, uff. Ich glaube, das ist Peanel. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es eine Tierklinik gibt. Ich auch nicht. Jetzt wüsst du mir, wo wir Tyrus immer hinbringen können. Gemütlich? Ja. Oh. Boah, die haben ja so gepolstert hier in den Stuhle. Ja. Das wird bestimmt teuer. Ja, egal. Wir nennen einfach jemanden vom Kiez als Geister und fängt Muster anzahlen. Na, lohnt sich nicht. Wir haben nur kein Geld, wir haben nur Schulden. Wir haben wahrscheinlich eh nicht für die. Scheiß Kiez. Ich nehme die alle aus meinem Mail verteilen. Ja, und ich heiße die Seiten, wo die geschrieben haben, aus meinem Freundebuch. Warum durfte ich noch nicht in deinem Freundebuch schreiben? Noch hat niemand an meinen Freundebuch. Warum was für sein willst du dann rausreißen? Ich wollte nur so tun, als hätte ich Freunde. Ich wusste nicht, dass du das überprüfen würdest. Warum stellst du auch so viele Fragen? Ist das ein Verhör oder was? Ja. Willst du meinen Freundebuch schreiben? Na klar. Okay. Aber nur mit Edding. Mit Edding? Mhm. Warum? Weil das stinkende Alkohol. Ich tue mir den Edding mal in die Nase rein. Aber du sollst scheiben. Was soll ich mit scheiben? Du sollst scheiben in das Buch. Soll ich Scheibe ins Buch legen? Nein. Du sollst reinschreiben. Was soll ich denn reinschreiben? Dein Name. Was schreibt man denn in das Buch? Dein Name. Dein Alter. Dein Hobbys. Wo du herkommst. Aber ich weiß nicht, wie mein Papa heißt. Und dann was? Ich weiß nicht, wie mein Papa heißt. Nein, wie du heißt. Aber du hast gesagt, dein Alter. Keine Ahnung, wie der heißt. Nein, wie alt du bist. Ach so. Ich glaube, 24. Und dann... Wie alt bin ich? Und dann... Und dann... 23. Ja. Und dann... Und dann musst du noch so was schreiben, wie... Wie... Keine Ahnung. In alle vier Ecken soll Liebe den stecken oder so. In alle vier Ecken soll Liebe den stecken? Ich weiß nicht. So was habe ich mal im Fernsehen gesehen. Von Leuten, die Freunde hatten. Ich glaube, du lukst mich. Nein. Nein, tu ich nicht. Kann ich auch ein Bild malen? Das auch. Aber kein Schwanz. Scheiße. Warum? Warum kannst du meine Gedanken lesen, Uri Taylor? Weil ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich schon länger als du mich. Hab dich nämlich beobachtet. Ach ja. Was ist mein Lieblingsessen? Schwanz. Schwanz-Holandaise. Ja, nicht. Und P-Mail-Pizza. Doch. Ja, nicht. Ich glaube, dein Lieblingsessen ist Cocoa-Mais. Ja. Und. Ähm. Und woher? Mein Herz fülle Mais. Oh oh. Wo geht die Frau Erztin hin? Weiß nicht. Ich rede nicht mehr mit denen. Der hat mich angerufen. Ja. Welch mit denen? Ich habe mich vorbeigenommen. Und wie geht's dem Peanut? Wie geht's dem Peanut? Ihnen geht's gut. Muss der in den Rollstuhl? Nein. Okay. Bist du mit dem Kinderwagen tun? Äh. Nein. Muss der in Pampers tragen? Nein. War dir ganz schwer verletzt? Bitteschwer. Also es ist nichts gebrochen. Und die Schweine sind einfach überhaupt gehauen, ne? Ja. Was für Schweine? Einfach Polizei anrufen. Tier-Craylor. Polizei anrufen und Anzeige erstatten. Diese Dreckigen. Das war eigentlich vom Kiez. Die wollten den sogar erschießen. Ja. Das sind eh un-menschen. Äh. Wollt ihr zu hin? Da ruht sich gerade aus. Na kommt mal mit. Da ruht sich gerade aus. Ich wusste gar nicht, dass es eine Tierklinik gibt. Ja. Gibt es ja seit einem Monat. Da ruht sich gerade aus. Oh. Die haben es schöner hier, als wir zu Hause. Ja. Peanut. Hallo Peanut. Aber keiner macht. Ist das ein Männchen? Ähm. Soll ich sehen konnte? Ja. Also. Folgendermaßen. Äh. Peanut hatte eine starke Prennung am Oberschenkel. Oh. Er hatte eine Prennung. Eine Prennung. Ähm. Ihnen geht es aber so weit gut. Naja. Er kann schon ein bisschen laufen. Ein bisschen. Ähm. Tut da ein bisschen weh. Aber das wird schon wieder. Darf man dem? Kann man dem Salami kaufen? Ja. Kann man. Jetzt sind wir auch so auf zwei Jahre auch erst. Oh. Der ist noch ein klein Baby. Das Baby noch. Wenn wir schon mal hier sind. Braucht der Impfungen? Ähm. Geld spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle. Kann man irgendwann mal in Ruhe nachgucken. Aber das ist wirklich erstmal etwas, dass er erstmal mit dem Oberschenkel noch besser wird. Hat der vielleicht Wurmer? Ähm. Weil wir haben ihn auf der Straße gepunden. Kann passieren, ja. Ähm. Der ist aber an sich. Weil die sind gerade total fit. Also. Oh. Mir erscheint es so, als wäre er schon mal irgendwo in der Familie. Jetzt hätte er schon mal irgendwo in meiner Familie. Ja, vielleicht ist der abgehauen, weil der keinen Bock mehr da hatte. Ja, also. Die haben ja so kleinen Fernsehen. Aha. Ja, also er ruht sich jetzt ein bisschen aus. Ähm. Aber so. Arme Prieger. Er hat aktuell. Ähm. Er kriegt aktuell eine Infusion. Ja. Schmerzen wird er auch schon bekommen. Ähm. Den Verband, den er zum Beispiel den Oberschenkel drum hat am linken. Ja. Das könnt ihr gerne in ein, zwei Tagen abmachen. Das ist jetzt nur, weil ich jetzt da was. Weil ich jetzt gerade eine Creme drüber gemacht habe, das dagegen helfen soll. Und. Ähm. Das ist auch noch ein bisschen. Stützen. Und wenn er dann so läuft. Also kann sein, dass er die nächsten ein, zwei Tage noch ein bisschen humpelt. Das ist normal. Ne. Habt ihr ja auch, wenn ihr euch verletzt und dann das Bein nicht Kuppel belasten könnt. Aber das wird schon wieder. Muss der hier bleiben? Nicht zwingend. Also er kann auch gleich wieder mit Bewahren ist. Und ein bisschen noch so fünf bis zehn Minuten ab. Infusion kommt er durchgelaufen. Dann kommen wir gleich, wie er sich fühlt. Okay, in der Zeit können wir das dann mit der Tierarztrechnung machen. Und Mila, kannst du hierbleiben? Ja. Und auf Peanut aufpassen. Wenn Peanut bei uns wohnen will. Ich meine, wenn ihr jetzt allein für den Hund extra hochfährt, ne? Das ist ja schon ein Zeichen. Wissen Sie, was die gesagt haben? Die anderen, die wollten den im Kopf schießen. Ja. Blöse Menschen. Die haben einfach gesagt, schieß dem Költer im Kopf. Und aufpassen, dass der nicht in den Kopf geschossen hat. Ja, ich war kurz davor. Du hast es nicht gemacht, das ne? Die wollten ihn einfach töten. Mhm. Das sind Schweine. Unter Mensch. Na, aber sowas sagt, das sagt mein Oberbilder nicht. Ja, aber, ne? Aber wenn sie anfangen, Tiere zu verletzen? Ja, aber das ist ne Volt, was man nicht benutzen sollte, weil... Ein ganz weiser Mann hat... Oh, das sollte man nicht sagen. Okay. Blöse Menschen. Besser? Ja, das sind ekelhafte, dreckige Schweine. Aufnüttel möchte ich ein bisschen Korn, vielleicht gefällt die Nasse. Aber Zolti, du kommst doch nur wieder ins AP. Arme Peanut. Ja. Guck mal, der freit sich, der will ja mit seinem Schwanz. Äh, Ultras, Maximoto, was los passiert da rein? Habt ihr eine Toilette hier? Aber Hunde machen draußen einen Baum. Nein, ich muss aber... Wir haben nur Hundetoiletten hier. Auf hinten durch. Okay. Arme Wurwur. Wenn du wieder gesund bist, Peanut, dann kannst du die beißen. Aber ihr habt echt schön hier, ja? Ja. Wir waren erst im Krankenhaus. Wir dachten, Peanut, kommen wir denn ins Menschenkrankhaus? Nein, 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 nein. Das sagte ich ja extra nach Partito. Ich hab auch durchgegeben unten im Krankenhaus, dass ich nach oben fahre wegen der Klinik. Ich wusste nicht, dass es eine Tierklinik gibt. Ja, ist nicht so bekannt. Deswegen fahre ich meistens mit den Fahrzeugen rum, dass man dann weiß, okay, ich bin jetzt da. Ja, mir ist sehr selten, dass wir an sich sammaterische Notfälle haben, aber wenn dann, dann meistens hier um. Okay. Muss ja nicht, muss ja nicht da, ich sag mal so, die Hunde haben mir auch mal was, beispielsweise mal was Gutes. Das hab ich nicht verstanden, war's? Ich dachte, die Tiere haben mir auch mal was Gutes verdient, ne? Ja, alles. Ich würde mein letztes Helm mitgeben für ein Tier. Ebenso. Ich kenn das, ich hab 200 Sachen. Jemand muss sich um Tiere kümmern. Hm? Der hat auch kein Halsband an, ne? Nee. Der ist weggerannt bestimmt. Kann gut sein. Kann nur sein, dass das einer ist schon immer auf der Straße gelebt hat, ne? Also ich hab jetzt auch kein Chip oder sonstiges gefunden. Der hat keinen Chip, Mila. Kein Chip? Nein, aber wir müssen den Chippen lassen. Oh, okay. Der bekommt dann einen Ryzen. Einen Computertrip. Ich könnte erstmal gucken, wie sich das ja auseinandernehmt. Wenn es dann immer noch gut klappt, dann kommt er nur vorbei. Dann Chippen wir. Der braucht noch keine Leine. Der ist nämlich kein Kampfhund. Leine? Ich wurde aufgesprungen. Okay. Das ist ja ein kleiner Hund, oder? Peanut ist ein Freilaufener. Oh, ich glaube der hat Flöchen. Oh, oh. Nicht, dass der hier gleich anfängt zu driften. Guck, wie stolz der sitzt. Ja. Kann Peanut auch ein Pfötchen geben? Peanut, kannst du Pfötchen? Pfötchen. Pfötchen. High five. High five. Sehr nice. Ich glaube, der kann kein Pfötchen. Aber der kann sitzen. Und da ist schon ein Anfang. Oh mein Gott. Was war das denn? Halbe Zirkus. Warte mal kurz. So, ich nehme mal kurz die Impulse und dann mal kurz raus. So, und dann machen wir das da drum. So, guck mal, wo man sich ein bisschen bewegen kann. Sonst geht mal ein bisschen auf den Abhielraum. Vielleicht kommt er mitgelaufen. In welchem Raum? Also, Kumpelnaht. Feines Händchen, fein. Das ist ein geholter Gezieber, ne? Alles gut. Eines Händchen, fein, fein. Warum? Ich glaube, der hat keinen Bock auf Fläsch. Wir brauchen mehr. Wo läuft der hin? Ich weiß nicht. Nicht, dass der Pipi macht, ne? Klar muss ein Pitbull an die Leine, Junge. Im Maulkopf liegt alles. Pina, das ist eine Tür. Ich kann die aufmachen. Das ist eine Werkstatt in einer Hundeklinik. Der gilt doch für eine Deckungstour. Ja. Der darf hier nicht rein. Hier ist ein Medikamentenschrank. Pina, komm schnell. Der kann doch die Tür nicht aufmachen, oder? Boah, ist der Schlag. Ich habe die doch aufgehalten. Oh, ich glaube, die rennen weg. Aber Rage MP macht den Strich durch die Rechnung. Doch nicht. Ähm. Pina ist weggelaufen. Pina. Oh, oh. Pina halt. Pina. Komm rein. Kann ich das vor wiederzumachen? Kss, kss, kss. Nein. Okay. Ähm. Was schulden wir dir? Ja, ich schalte das weiter mit der neuen Seite. Warte, ich warte. Äh, doch. Der Blutsch mag deswegen. Ich habe aber gerade schon gesagt. Sodass da was losgefallen ist. Ne, weiß ich Bescheid. Gut. Nein, das sind CO2-Löscher. Das sind Pfeierlöscher. Kein Pipel dagegen machen. Leckerchen. Pssst. Mila. Oh. Fein Pipel in die Blume. Ja, alles gut. Feini. Feini. Guck mal, die Tapete geht ab. Der hat. Schon okay. Hier kriegst du zwei Hähnchenscheifen. Hähnchen? Mhm. Trocknete Hähnchenscheifen. Weißt du, die mögen das. Da sind ja noch Rind da. Ist Hähnchen nicht schlecht für Hunde? Nein. Immer ruhen. Das müssen wir am besten. Dann haben wir nur gekocht. Okay. Okay. Pfeiner kann ja im Park leben. Ich geb euch noch ein paar Tabletten mit für ihn. Okay. Ich werd ihn dann geben und dann wird er wieder fit. Wir haben einen ganz großen Park mit der Wasserstelle, da kann er wohl. Shunkey, ne? Warst du Shunkey Park? Ja. Aber Drogen bekommt er keine. Ja, wär nicht gut. Vielleicht ein bisschen Hundegras. Wir müssen den anderen dann nur sagen, dass die die Spitzen nicht mehr dahinwerfen dürfen. Nicht auf die Straße. Was müssen wir bezahlen? Alles gut, passt schon. Kein Geld. Ja, okay. Ja, okay. Danke für den Prime Zweiten. Und King Titus, danke für den Prime Dritten. Und Timo, danke für den Prime Vierten. Hallo, was läuft? Was läuft? Vielleicht haben wir Glück und der Hund bleibt bei uns. Dann kriegt ihr aber kein Barbie-Haus zu Weihnachten. Ich habe eine Tabette bekommen, wir müssen denen das ins Essen machen. Ja, wir müssen denen das in einem Burger oder so machen. Ja. Peanut magst du Burger? Burger, wir müssen rausfinden, was der isst gerne. Ja. Vielleicht mag der auch Schuschlik-Spieß. Der macht doch Chikinagis, dann müssen wir zu Koldis gleich. Der macht doch um 9 auf, oder? In 10 Minuten macht Koldis auf. Okay. Der Bro, der soll so eine große Schale machen mit Essen und Trinkeln. Wie kriegen wir jetzt raus, ob er einen mit will? Das ist eine gute Frage. Ich mach mal die Tür auf. Türen sind auf. Hier, komm, einsteigen. Komm, hopp. Du musst ihn anschnallen. Ja, mach ich. Also wenigstens ein bisschen. Nein, lass die Tür zu. Türen zu. Ist der fest? Ja. Abschließen. Ich hab hier. Weißt du, was wir machen? Was denn? Wir empfuhren einen vom Kiez und dann auf Peanut denen ein Ei beißen. Ja. Nehmen wir am besten die Kokosalit-dicksten Eier von denen. Aber Fank ist das größte Arschloch. Ja, aber seine Eier schmecken nicht. Das stimmt. Die sind schon ausgelutscht vom Giant Car. Ah! Nö! Lass die Fenster auf! Fenster auf! Boah! Schnell, schnell fahren, damit viel Wind reinkommt. Bila, warum furzt du? Ich hab nicht gefahren. Doch, das warst du. Nein, das kannst du mir nicht. Nein! Du hast gepupst genauso. Telefon. Ja? Juntag sind sie abgeregt. Ich bin die ganze Zeit Puls, Ruhepuls von 80. Ja, hast du gerade nicht so angehört. Wir haben gerade jemanden abgestochen, weil er Juntz für 180 Dollar verkauft hat. Nein, nein. Kein Name, so ein Troll. Der wollte mich verarschen. Der hat mir erzählt, dass er ein bisschen Geld machen will erst, ne? Mhm. Da hab ich den so ein bisschen auf den Zahn gefühlt und so. Dann wollte er irgendwie nichts ausplaudern. Da hat er gesagt, der hat ein kaputtes Knie, der linke. Da hab ich den im rechten Knie geschossen. Äh. Hab den gefragt, ob der mir immer noch nichts sagen will. Da meint er, ja, ich hab das von jemandem vom Junkiepark gekauft für 4.500. 10 Joints und will die angeblich für 180 weiterverkaufen. Der will ein bisschen Geld machen, also will er mich verarschen, weißt du? Mhm. Da haben wir ihn jetzt gerade abgestochen. Ähm. Ja, keine Ahnung, der Kiez hat mich jetzt gerade angerufen. Ich denke mal, die wollen mit uns reden. Ja, die können meinen Schwanz lutschen. Hast du keinen Bock mehr auf die, oder was? Nö, ich mach gar nichts über den. Bruder, die wollten dem Hund in den Kopf schießen, Alter. Das machen die, das haben die doch bestimmt noch Spaß gesagt. Ja, sowas sagt man aber nicht so Spaß. Ist mir scheißegal. Die regen sich an wehrenlosen Tieren ab. Ich bin auf dem Westhalle, Emila und Peanut, wir kommen jetzt im Park. Nee, aber haben wir jetzt einen Hund, oder was? Ich weiß nicht, ob Peanut bei uns bleiben möchte, aber der kann im Park umflitzen. Juts. Ja, ich erinnere dich nur damals an... Wusstest du, dass es eine Tierklinik gibt? Ja, wusste ich nicht. Mhm, ein Paleto. Ich hab auf jeden Fall Tierfutter hier. An was willst du mich erinnern? Ich will dich nur daran erinnern, dass die damals hier von der 5-6, dass die auch einen Hund hatten und der ziemlich bissig war, ne? Der ging dir jetzt richtig auf den Sack, Alter. Also, der Hund hat gebissen, da musste man sich verteidigen. Ich glaube nicht, dass Peanut einer ist, der beißt. Ich weiß es nicht. Also nicht, dass der mal irgendwann durchdreht. Da gibt er nicht nur Filchen. Ja, ungehorsam. Da merkst du doch schon. Ja, der Höh. Na klar, Alter, nicht auf uns erkennen sie gar nicht. Jut. Kommen sie hierher, oder was? So lange ein Hund keiner auf den Sack geht und denen keiner wehtut, beißt er auch nicht. Kommen sie dann jetzt hierher, oder was? Ich habe sie auf dem Weg. Okay, bis gleich. Bis gleich. Diese dreckigen Schweine ist hier, Queda. Jetzt wollen wir mit uns reden, ich rede nicht mit denen. Können wir uns ausschlecken. Die sind Peanut am Po küssen. Dann vielleicht. Und Janna kann uns das machen, im Elfenkostüm. Stell dir mal vor, der hat ihn abgeknallt, obwohl der überlebt hat. Ich will gar nicht daran denken. Bobine, das kann so gewohnt ins Baden gehen, ne? Am Wasserpool gehen. Und daraus kann er nur trinken. Ja, aber wir müssen den Jungs sagen, die müssen den Park jetzt ein bisschen sauberer halten. Da liegen doch ja keine Pizzen. Pizzen doch manchmal. Wer hat eine Pizzen schmeißt, der kriegt eine Pfresse nur. Genau. Ja, mein Händchen. Oh, der quietscht, warum? Weil der bestimmt Auerhaar. Der schläft bei dir im Bett. Siehst du, hat der Bock drauf. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Was heißt das, wenn die so pfeifen? Auer vielleicht. Oder Durst. Hat der was getrunken zu trinken bekommen? Weiß ich nicht. Aber wir sind am Park jetzt gleich. Ja, aber wollen wir nicht noch Wasser für den Hort? Am Park gehst du Wasser. Frische Kuhelwasser. Und Johnny hat Futter, hat er gesagt. Okay. Aber wenn er Durst hat, dann hilft Futter nicht. Ja, wir haben doch Wasser. Wo sollen wir Wasser holen? Äh, Tankstelle, oder? Okay. 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 Ich이지, Mann. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Gehst du Wasser holen? Aha. Weil du magst ja mitsprudeln oder ohne? Ohne. Oder willst du lieber einen Kaffee, Peanut? Einen Kaffee. Dürfen Hunde keinen Kaffee? Peanut, wenn du Kaffee willst, dann trinkst du Kaffee, ne? Wir lassen uns nicht vorschreiben für den Weiber, was wir zu trinken haben, was nicht. Genau. Wir sind Männer. Wir machen, was wir wollen. Und wir pinkeln überhören. Wir pinkeln das alles unserem... Nein, nicht ins Auto. Oh mein Gott. Nicht ins Auto. Das macht Memo sauber. Nicht ins Auto. Pfi. Bah. Egal, Memo macht das sauber, Wilder. Pfi. Mila. Ja. Peanut hat einen Unfall gehabt. Wieso? Der hat ins Auto Pipi gemacht. Oh oh. Der hat richtig laufen lassen. Der hat einen richtigen Strahl. Dann wissen wir, was er holt. Wie der Papa. Memo macht das sauber. Ja. Mit Zebra Wischung Whack. Mhm. Machen wir doch? Weiß nicht. Guck mal, Peel nach dir gleich. Da ist der ganze Parkway Deal. Ja. Kannst du machen, was du willst. Du bist schon. Kannst du bei Kaki machen. Und Pibi. Aber nicht ins Auto. Und da vorne gibt es Wasser, Pini. Was habt ihr für eine Dreckstöne? Halt die Klappe. Halt die Klappe. Wixer. Was willst du dich kloppen? Na komm. Was macht der Kippich hier? Curtis, soll ich dir helfen? Hallo, was passiert hier? Der hat meinen Bruder. Ich hau dich gleich. Nö. Nö. Ich bin da schlecht fand ich. Ciao. Aus, Peel nach, aus. Ich schwöre. Aus, Peel nach. Musst mir nach. Der rund ist klein sofort ab. Aus, Peel nach. Ja, beiß den bösen bunten Mann. Aua. Beiß den. Na komm. Aus, Peel nach, nicht. Bist du bescheuert. Lass die Lunge nur. Hey. Lauf, du Drecksvieh. Der hört sich verpissen. Was labert ihr? Abo, warum machen die so? Als ob der Hund nicht beißen will. Was macht ihr denn? Warum habt ihr mich geschlägert? Warum habt ihr nicht geschlagt? Warum macht ihr sowas? Was ist passiert? Drecksküter. Wollt mich beißen, hab ich angeschossen. Warum schießt du den Hund an? Was für helfen? Habe ich da nicht. No, Jack. Weil du den beißen wolltest. Ihr seid genauso schwanzluchte wie der Kitz. No, Alter. Der Jack hat gerade gesagt, der wollte den beißen. Ja, weil die Jack und ich uns verpugelt haben. Genau. Und warum habt ihr euch geschlagt? Aber du hast gesagt, der kennt dich nicht. Also beißt er hier niemanden. Wir müssen, wir müssen wieder hoch. Jetzt wird er auch nur angeschossen, voll nach Züchpalten. Habe ich denn einfach Morphium rein? Habe ich denn jetzt schon geändert? Hat er ein bisschen Schokolade? Hat er den getroffen? Ja, ich glaube schon. Danke. Liegt doch nicht. Liegt doch nicht. Oh, das hat ein Missgebot. Ich hasse die, Alter. Ich würde dir am liebsten alle abknallen, ne? Diese Vollidioten, Alter. Boah, wie... Ach, Junge. Warum redest du nicht mit mir? Was denn? Du bist es. Das ist Dämber. Wir wollen den mehr wehtun. Ja, komm, Peanut. Ich habe mal eine Frage. Könnt ihr den Hund einfach aufpäppeln und irgendwo einen besseren Zuhause suchen? Ja, könnt ihr einfach mal aufhören, solche Missgebote zu sein und auf Tiere zu ballern? Mein Gott, ne, Alter. Alter. Was, Alter? Seid ihr dumm oder so? Der wollte den Jack beißen. Der Hund? Dann geht jemand auf den Auto und rennen weg und schießt nicht auf den Hund. Der kann... Hä, dem Hund kann doch dem egal sein. Der kennt den Hund nicht. Wenn dich irgendein... Ja, genau. Völlig normales... Nein, nein, nein. Stopp, 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 stopp. Mann, halt die Schnauze. Verpiss dich. Halt deine dumme Fresse. Halt deine dumme Fresse. Halt die Fresse, du Affe. So eine Missgebote. Verpiss dich. Komm nie wieder. Du dumme Drecksau. Geh mit deinem Hund und fick den. Spiele nicht einen auf Boss, du dumme Missgebote. Ja, du kannst... Hässliger Fraggle. Den Fresse. Gehen die mir auf den Sack, ne? Ganz normales Verhalten, auf ein Tier zu schießen. Dann rennt man weg. Tina, du wolltest noch helfen. Hörst du dich, Peanut, das wutsch? Ey, was? Boah, ich dämm mich auf, tut er dir einen auf Boss. Mich riecht auf, dass die auf den geschossen haben. Ja, weil das voll Idioten sind. Ich weiß nicht, ob die Tierärztin da ist. Kannst du im Krankenhaus nachfragen? Ob die nochmal die Tierärztin fragen können, ob die hingeht. Ist der Chat wieder kaputt? Hallo? Ich glaub, der Chat ist kaputt. Los geht's dann. Ich ruf mal im Norden an. Ist der im Bluten? Ja. Warte kurz, hier. Hallo, Milamon. Es ist ein Medizin von Hilfe. Hallo. Okay, dann... Ich such mal hin wo ein... Ah, da hinten. Der Chat ist kaputt. Hilfe. Willst du den selber anlegen? Ich gebe den da in die Hand. Ah, jetzt geht wieder. Miss Medizin, hallo. Boah, dann fickt euch doch, Alter. Hey, Doc, mach mal auf. Laufen da rum wie auf einem Strandpomenade. Mist. Heute, ne? Wallah, du hast dich verändert. Da redet keiner mit mir, die Idioten. Ach so, okay. Hast du einen reichst? Ja, okay, dann... Dann, wir sind direkt hier schon. Okay, alles klar. Tschüss. Was denn? Ähm... Da sind gerade alle Einheiten mussten zu irgendeiner Schießerei. Ähm, wir sollen dann hierher kommen. Aber das kann ein bisschen dauern. Ja, aber der Hund. Hier, komm rein. Wir müssen dann hier rein. Warte, ich muss kurz umpacken. Hol den Hund schon mal raus. Ja. Komm schnell, komm schnell raus. Komm. Oh mein Gott. Helf dem, trag den. Ja, komm. Junge, die regen mich so auf. Ich knall die alle gleich ab da, Alter. Vor allem Johnny, ne? Ich schwöre bei Gott. Sei froh, dass du nicht mehr P bist, sollte die, Alter. Man schießt doch nicht auf einen Hund, Alter. Ganz egal, ob da der P ist. Hallo. Ja, vor allem, wenn man auf dem Auto spricht. Ich bin mit pinken Haaren. Könnte man hier kommen. Hatsubi. Ich lieg hier auf dem Bett. Ich bin mit trafen. Wos? Gut, mach mal raus. Wo ist Pinard? Was denn? Ich glaube, der muss mal oder so. Das ist so ein bescheuertes RP von denen. Die regen mich so auf, Alter. Wo ist denn der? Wo ist der? Ist der denn nicht? Hier, doch, hier. Komm. Komm, Kleiner. Wir brauchen uns, Mela, geh bitte reinholen, bitte jemanden. Ja. Puh, hau ich die weg, Alter. Ey, ich bin so super tilt gerade, ne? Unnormal. Das ist der denn, der denn, der Herrlösen. Was denn immer, kein Awa? Wir müssen immer einbeیں. Da muss doch irgendeine Zeit haben. Da ist Polizei, 100 Rocker, 3 Ärzte. Das geht noch nicht rein. Ach so. Wir müssen den reinbringen. Komm, Peanut. Ja, komm, Peanut. Komm. Wo ist denn die Tierärztin von gerade? Die ist auch da beim Einsatz irgendwo. Mach schön Platz, Peanut. Wir gucken, dass wir jemand fählen. Der Chat kackt gerade übelst, Arbeiter. Kann mal einer Test schreiben, bitte? Oh, Wuffin. Dankeschön. Hallo, Undi. So, um den Wuffi wird sich sofort gekümmert. Kleinen Moment, bitte, ja? Okay, danke. So, ihr Vorbrecher. Was wollt ihr? Scheiß Junkie Park. Ja. Was ist denn los im Grund? Wir haben auf den geschossen. Ja. Wer hat auf den geschossen? Einen scheiß Junkie Park. Oh, wow. Oh, man. Nehmt mir nicht unhöflich. Das tut mir auch ein bisschen weh. Könnt ihr vor der Tür gehen? Ich muss hier gerade mal ein bisschen sortieren, wer zu wem gehört. Wenn ich das habe, dann hole ich euch wieder rein, ja? Dankeschön. Boah, Junge, ich bin so super tilt, Alter. Am liebsten würde ich da jetzt einfach mit dem Auto reinfahren, ne? Das wird schon keiner, das wird schon. Ich will direkt hier links. Einfach mit dem Pound da rein. Wieso wollen die, warum mögen die denn keiner? Weil das ein Vollidol ist. Peanut wollte mich verteidigen nur. Und der stellt sich auf sein Auto und ist sicher und schießt dann noch auf den Hund. Der ist schon in Sicherheit und schießt auf den Hund. Ja. Das, Assi. Das hast du nicht verdient, Kleiner. Warum es schlimmer ist, als auf einen Menschen zu schießen im Spiel, als auf einen Hund, weil ein Hund sich so nicht wehren kann, Alter. Der kann nicht mit dir kommunizieren. Der kann nicht sagen, yo, 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 schieß nicht weiter, hör auf damit. Oder ist okay, ich ergebe mich oder so? Deshalb ist das so schlimm. Das ist ganz normales, typisches Hundeverhalten, was gerade passiert ist. Dass der Hund jemand beschützen will, den er mag. Das ist für eine Frage, Alter. Das ist in Behandlung. Und der steht schon auf dem Auto und schießt trotzdem. Wir bringen so gerade mal ein Wad-D ins Kämmerchen. Oh ja, schon. Das ist natürlich Party, bitte, ne? Oh, dann wieder. Was? Erzüglich trainiert. Ach, schon, wir brauchen Hilfe. Auf den Hund wird geschossen. Ja. Und ich glaube, der blutet. Ja. Habt ihr ihn erst versorgt? Wir haben Mila gerade im Auto. Was? Die Mila gerade im Auto. Ja, wie du siehst, haben wir hier gerade 80 Millionen Patienten. Ich kümmere mich mal drum. Ich mache mal Bier, bis wir haben Verband drum. Ich mache schon Ascha, ich verbinde nachher. Okay. So. Wo ist er denn getroffen worden? Oder ist sie? Wallah, du hast sich verändert. Ich glaube, hinten am Bein. Ja. Bitte? Entschuldigung, bei mir war gerade im Funk ganz viel los. Wo wurde er getroffen? Am Bein hinten. Ja. Ah, ein Bein, okay. So. Doch, mich triggert das aber, OC, dass die so einen Falten an den Tag legen und sich dann nur wundern, weil das richtig schlecht gespielt ist. Und das von den Leuten, mit denen ich zusammenzog, so, das triggert mich des Todes. Wohl erst mal ein Dublo, Alter. So. Mach mal's nicht zu fest. Das ist, auch wenn das nur RP ist, Alter, ist das ganz komplett egal. So viel sterben, so kurze Zeit für einen Hund ist nicht gut. Bitte? Wir können ja reinkicken, aber der hat uns übertrieben, Alter. Angefahren. Ja. Ja. Oh, Gott. Ja. Kein. Oh, 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 oh. Ja. Ja, weißt du? So. Okay, das sollte jetzt erst mal so passen. So, leg mal hin. Jetzt muss ich hier in der Buff abhängen, mit irgendeinem Schwingen in den Rappen, Alter. Dass er sich ausruhen kann. Sieht nicht gut aus. Und der wurde halt schon angefahren. Ja, ja. Der Veterinär ist nicht da? Die Frau Donner? Ich glaub schon. Okay. Aber sie sehen's ja grad selbst, ne? Es ist halt grad schwierig, sag ich mal. Ja, die scheiß Kaminellen wurden wieder abgeknallt. Ja, ja. Richtig so, Alter, ins Gefängnis mit den State Prisons. Lebenslänglich. Sollen die Seife aufheben. Aber ohne Schmerz. Äh, ja, also, ähm, wie gesagt, ich konnte jetzt leider nicht viel machen. Ich würd gern mehr da. Dankeschön. Kommt bestimmt gleich jemand. Ja. Aber wissen Sie was? Ich hab hier noch was einstecken. Das können Sie mir später geben. Okay. Na? Mhm. Okay, dann Ihnen beiden. Danke. Gell? Auch so. Gerne doch. Wir können nicht wieder mit Peanut dahin. Boah, ich bin auf 1800, ne? Ja. Ich schwimme gleich den LKW und dann fliege sie die weg. Nein. Doch. Aber wir können nicht wieder mit Peanut dahin. Doch, können wir. Wir wohnen da. Wir können machen, was wir wollen. Ja, aber wenn die wieder auf den Dorf gehen. Dann fick ich den. Wir haben gesagt, 10.000 werden du nochmal auf den Dorf gehst und so. Die sind alle gegen Hund. Das sind verdammte dreckige Scheiß Tiercrawler. Nee, jeder kann ein Tier spielen, nicht nur der Support. Sollen die halt zum Kiez gehen? Ja, sollen die es lang gehen, solche Schwänze lutschen. Sollen die gut aus. Jetzt können wir hier fünf Stunden warten, bis wir dran sind. Ja. Nur weil die wieder alle Gegengegen machen. Naja, die Frau von der Tierklinik ist auch hier unten, weil die hier wieder sich irgendwelche Leute über den Hofen geballert haben. Naja, das Gespräch mit Fischer war nicht. Das wird doch nicht stattfinden. Auf jeden Fall nicht aus meiner Perspektive. Weil ich mich da nicht mit dem Kiezlein wieder hinstellen werde. Und Johnny kann sich auch ficken. Mama. 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 Ich muss mich abreagieren. Ja. Ich glaube, ich feg hier gleich mal durch. Hier gibt es ja bestimmt irgendwo einen Besen. Bestimmt, Handy, so was wie so ein Hausmesserraum. Was hat Peanut jetzt schon wieder? Ja, der wurde angeschossen. Wir müssen recht gucken. Das war ein Selbtym, der das Hund angedroht hat oder von wem? Nein, wir sind zum Park gefahren und dann kam einer und meinte, Dreckszöle, dann habe ich dem Typen eine geklatscht, dann wollte Peanut mir helfen, weil ich mich gegen ihn geprügelt habe. Der hat sich dann aufs Auto gestellt und auf den Hund geschossen. Und wurde der dann getroffen? Am Bein unten recht. Oh, okay. Oh, der kommt für mich jetzt. Du kannst erst mal nur provosorisch das mal machen. Wir müssen das immer hier vor Ort erst mal klären. Sieht aber so bei ganz in Ordnung aus, also dass es nur geschliffen wurde. Oh, meine Wunden? Geil. Brauche ich mich nicht anstellen, danke schön. Okay. Dann lassen wir auch noch mal hier erst mal ein Verband erst mal drum. Ähm, habt ihr eine Wunserhabe oder irgendwas zu Hause? Na, aber wir können eine Apotheke holen. Okay. Hol mal eine Apotheke Pimpathen. Könnt ihr den auch auftragen und immer wieder auftragen. Okay. Und sollt ihr in den nächsten ein, zwei Tagen heilen. Ähm, wenn es nicht besser wird oder weiteren Schmerzen, dann sofort Bescheid sagen. Habt ihr noch die Tabletten, die ich euch gegeben habe? Ja. Na, die könnt ihr ruhig geben. Das ist kein Ding. Ja. Wird ja soweit vertragen. Und wenn es nicht besser wird, dann kommt er nochmal vorbei. Ja, ich glaube, die Tira selber im Gurtmaug, glaube ich. Ähm, kannst du das erst mal probieren, ob das so frisst. Aha. Einige nehmen das so, nur fahrst du, keine Ahnung, ein bisschen Leberwurst machst du es drum. Oder, ne, wie hier Dings sagt, zum Beispiel mit einer Salamischeibe. Oh, no, ich auch noch. Salamischeibe. Der kriegt eine ganze Wurst. Ja. Ja, vielleicht immer ein bisschen kleine Stücke. Und das dann so reindrücken und dann so geben. Dann sollt's kein Ding sein. Okay. Wird's doch nicht besser, dann kommt er nochmal vorbei. Okay? Ja. Okay, gut. Der kann laufen bei der Humpel. Ja, das ist, ne, erst ein bisschen Oberstelle kommt und jetzt ein bisschen Vorte. Das wird wieder. Nein, Peanut ist ein tapferer. Ja. Komm, Peanut, du Unsterblicher. Das geht dir schon hin. Danke. Kein Ding, kein Ding. Schönen Abend noch. Also, komm, der kriegt das sein. Und was? Hat er den Hund gerade angespuckt, Alter? Ich hoffe nicht. Ich werd heute noch zum Brülaufer, ne? Mila, warte mit dem vor Tür. Ich hol den... Ich hol das Auto. Ja. So, geht's los. Dann dürfen sie einfach raus. Ne, überfahren war nur Ragdoll. Ich glaub schon, hat die Gutmutter. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Keine Ahnung. Boah, ich hab richtig Puls, Alter. Ohne Witz. Ohne Witz. Hi, Matthias. Sehr gut. So. Was jetzt? Komm mit Cody. Okay. Dann krieg die Peanut erst mal eine Lüffewurst. Ja. Hast du nur seine Tabletten? Aha. Und Salve müssen mit Brülen. Und Salve? Mhm. Ich brauch eine Tabette. Okay. Ich krieg Kopfschmerz mal, die Idioten. Wolltest du dann auch Salve? Ja. Gehst du schon mal zu Cody's ein Peanut? Ja. Was für Salve. Was für Salve? Pfff. Hm. Das Salve. Hihihi. Ich hätte nur weggeklatscht. Das wird sonst wieder den ekelhaften Effekt geben, Alter. Nein, Kurt, das wird jetzt nicht mehr kriminell. Kurt, das wird jetzt... Ich fick die alle auf der Straße, Alter, wenn die mich aufregen. Affen. Boah, Junge, Junge, Junge. Ja, Mann, ich geh zu den Cops und dann fick ich die alle. Hä? Sag, wo ist der Hund? Der, das ist... Der Hund hat jemand wohl schon... Wem denn? Der heißt wohl Kusch? Der heißt Kusch? Ja, dann gehörte mir. Wem gehör der Hund? Weiß ich nicht. Also, Cody sagt, der heißt Kusch. Ja, dann gehörte du mir. Ich sag euch, warum. Also, das stimmt, der Hund findet growth so. Wenn du bei Kusch sagst, dass er Platz machen soll, macht er Sitz. Und wenn du sagst, dass er so Sitz machen, macht er Platz. Guck, Kusch, mach Sitz. Kusch, mach Platz. Siehste? Oh, dann können wir den nicht behalten. Der gehört auf growth? Der gehört... Also, der hängt immer mit der growth rum, so. Und die haben den immer hergebracht. Ja, weil der hat weder einen Schipp noch hat den Halsband nix, hat er. Genau. Wir waren beim Tierarzt mit dem. Hm. Ihr könnt ja mal fragen, ob die sich überhaupt noch um den kümmern. Vielleicht ist er ja auch ein Steuern an der Weile. Wahrscheinlich nicht, sonst würde er ja nicht rumwollen. Das stimmt auch, Föder. Genau, der wurde halt schon angefahren. Äh, Nick, der Effekt ist so heftig wie ein Rabbit. Angefahren? Ja, und angeschossen. Ja, vom Kiet. Und angeschossen vom scheiß Junkie Park. Scheiß Junkie Park. Puh, armer Kusch. Ich hör mal ein paar Wützchen für den Ding. Ich hab Bauchhunger. Ja. Ja, könntest du, dass ich sehe, wie du dein Wützchen an den Hund verfolgen hörst? Hast du die Salbe bekommen? Äh, ich dachte, du hast die geholt. Ich hab die... Oh. Guten Abend, meine Herren. Keine Klabe, Guffi. Warum? Was war das gerade im Park? Genau. Dreckigen Wichser, Alter. Ich hab gesagt, dass der Hund den Jack beißen soll, weil der Jack dich angegriffen hat. Der Hund? Aber man stellt sich nicht auf dem Auto und schießt dann auf den Hund. Nö, das macht man doch nicht. Und Johnny, ne? Ja. Ich fick den. Meinte er zu mir, ich soll nie wieder im Park kommen und so. Spielt sich auf, als wäre der übste Boss. Der kriegt eine geklatscht. Und braucht fünf Fall Schuhe, um zu brennen. Du sagst nicht, dein Lieblings-Cousin. Ist schon okay für mich. Hä? Wir können zusammen Mafia spielen, wenn du willst. Demau. Ja. Der hat auf den Hund geschossen, Alter. Haben die mir schon erzählt. Hab auch gesagt, macht man nicht. Was für Idioten. Spiel einfach Mafia mit mir. Was für Mafia, Junge. Die Mafia. Was sagst du zu meinem neuen Auto? Was für ein Auto. Was? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was soll das sein? Komm, mir da, hier, guck mal. Hab ich gekauft. Okay. Wer hat's den Körper verkauft für Geld? Für Auto. Äh, Curtis, was willst du essen? Alles, Hauptsache ballert. Ich nehm Cheeseburger. Cheeseburger und Schoko-Shake. Ich nehm Cheeseburger und Bacon. Warte mal. Dankeschön. Ess mal. Kannst du die Hot Dogs für den Hund nehmen? Aber hier, gib nicht alles auf einmal. Hier. Hier. Und nimm auch mal das Tinken. Auch echt ne Tasche. Keine Angst. Johnny kann mich immer mal schlecht. Ich mach nix mehr durch. Aber warum bist du gleich so zu uns? Ja, warum? Weil die alle hinter dem steht jetzt. Ich bin meine... Der ist doch der Burst-Idiot. Ich bin Mafia. Was für Mafia, Junge. Ich bin Mafia. Oder finden die das gut, dass man auf Tiere schießt? Nein. Mach mal eine eigene Clique. Wir machen jeden Tag Graubefälle. Und Geiselnahmen. Weißt du, was ich mein? Beharrt man, Diggern. Kannst doch nix tun. Wie heißt der? Ich hab gestern ne Tankstelle ausgerobt. Kusch, hast du Hunger? Ja. Komm her. Warum steht der Hund so nah an mich dran? Weil du nach Schwanz riechst. Supscher, Labradoodle. Komm her, Hotdog. Hotdog. Warum verfolgt der mich? Weil ich mag den. Der will an deinem Popo riechen. Kann der aufhören? Curtis, kannst du sagen, dass er aufhören soll, bitte? Curtis? Mhm. Sag, dass er aufhören soll. Ich mag das nicht. Lass den nur. Der hat heute ganz viel Schmerzen. Der will spielen. Ich mag das nicht. Oh, oh, oh. Ich ruf Pipi an. Ich geh gleich nach Hause. Ja? Ja. Der will nur spielen, du. Da hast du vielleicht nen Lüffiwurst bei. Nein, hab ich nicht. Geh weg von mir. Streichel den nur mal. Der hat doch ganz viel Schmerzen gehabt. Mach mal nen Feiny. Der beißt mich. Nein, der beißt nicht. Der will spielen. Gib Angst. Mach jetzt. Gib Angst. Mach jetzt. Gib Angst. Guck mal, kriegst du nen Hotdog. Ey, der Typ, wo ich gestern Golfkart versenkt hab, der hat's uns heute gesucht. Was? Der Typ, wo ich Golfkart gestern versenkt hab, der hat gesucht. Der ist doch geboren. Nein, der ist doch geboren. Der Golfkart ist neu geboren. Feinyhundi. Siehst du, der macht nix. Du bist süßer Hund. Kusch. Geh zu dember, dember würde ich dreichen. Ich bin freund. Genau. Ja, ich bin freund. Ich knall Johnny ab. Willst du nen Snickers? Ich bring den um. Ja, Snickers? Mag du? Willst du den Johnny meute rein? Ich bring den um. Moitereist du denn Johnny? Ich bring den um. Oh. Ich mach Drive-Buy. Mit dember. Sind wir in die Kaffee? Ja. Ja. Wir gründen unsere eigene Klecke. Wir brauchen den nicht. Feine. Können wir Mafia spielen? Was? 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 Mafia spielen? Was quatschst du da für einen Unsinn? Ich hab die letzten Tage Mafia gespielt mit dem TK. Und den Leo und dem Hase. Und dann wollte Tyrese mitspielen und dann haben wir gesagt, wir wollen mitspielen. Warum furzt du denn mal? Hä? Warum furzt du? Entschuldigung. Das ist mal freien. Ja. Wow. Wenn der Hund sabbert auf meinen Vesaki-Anzug. Der hat aber einen langen Schwanz. Will der Papa. Das ist gelogen. Das weißt du. Und ich auch. Ja. Ja, wir haben alle einen kleinen Pips. Liegt in der Familie. Ja. Aber dafür fahren wir dicker Autos. Aber dünne Pips. Auch. Auch. Auch auch. Ich mag meine Augenfarbe. White. White Kiki. White. Das ist ekelig das Geräusch. Oh, mich schon. Geh mal hin da mal. Guck mal, der ist schon da. Die müssen es eigentlich so vor den Kinnhaken geben. Guck mal. Direkt eine Latsche. Das ist meine. Guck mal, der Typ war zu doof, unter dieses Ding zu gehen. Durch das Tor. Ja. Der ist gegen den Holzbalken gelaufen. Ein Wort hat nicht schlecht den Appen. Kein Spaß. Ich zieh weg vom Jungle Park. Wohin? Besuch meine Wohnung irgendwo. Ich will nichts mit denen zu tun haben. Können wir nach... Können wir... Können wir nach... Können wir nach Dings ziehen? Nach... Können wir nach... Hollywood Boulevard ziehen? Sollen wir ein Haus besetzen einfach? Oh nein, aber wo soll ich denn jetzt hin? Wollen wir? Wenn du mein Cousin bist, mein Freund, dann kommst du mit dabei. Okay. Guffi muss eh mal, der ist mein Bruder. Hast du schon Bruder? Noch nicht. Wollen wir eine Villa besetzen? Wir können nur eine kaufen. Mit welchem Geld? Ich hab die Schlüssel zu allen Autos mit dem ganzen Equipment. Von den ganzen Robüberfällen und von den ganzen Geisernahmen. Ich hab 26.000. Und nur ich hab die Schlüssel dafür. Also wir sind gemachte Männer. Wenn wir das aus der Straße verkaufen, haben wir locker 30 Millionen. Ich kann dann die Wände streicheln. Ja. Ich mach Laminat. Ich helf dir dann. Ich hab alles, ne? Ich hab das ganze Polizeiequipment. Können wir uns alle schick anziehen? Dann zieh ich mich schick an. Dann kann der verfickte scheiße Junkie-Puck meinen Goldring küssen. Dann mach ich so. Hier, Johnny, leck meinen Löwenring, du Wichser. Dann fallen mir noch wändlern. Und das hier, nimm den Mund. Du weichst, der Kerl. Ich zieh weg. Mila. Ja? Sollen wir abhauen vom Junkie-Park? Warum? Warte mal, warte mal, warte mal. Weil Johnny gesagt hat, wir sollen nie wiederkommen. Hat sich jetzt der Junkie-Park zerstritten wegen dem Hund? Aber hat dir das nicht einfach... Okay, dann bleib da wohnen, ich zieh auf jeden Fall weg. Nein, ich bin bei dir. Ich schau hole ne Puzzle ab. Ja, Mila, du Verräterin. Geh wieder zurück. Das weißt du auch. Ich bin immer bei mir. Genau, und da, wo Mila ist, bin ich auch. Ich verkauf das ganze Equipment, was die zusammengeklaut haben, von der Polizei. Pssst. Und dann fick ich die. Hm, nein. Wir sind furchtlos. Dann kaufe ich mir ne dicke Welle mit Pool und mit funktionierenden Toilette. Können wir mir dann noch einen Bau kaufen? Du findest das nur eine. Oh, guck mal, da hinten kommt der dreckige Junkie-Park. Dann wäre erst mal reich, dann. Da ist der dreckige Junkie-Park. Keiner will mich. Hallo? Scheiß Junkie-Park. Boah, die Mülltonne redet. Glückwunsch. Wie geht's dem Hund? Toto, nicht so, als würdet ihr euch drum kümmern. Genau. Ihr habt doch alle gesagt, er soll den abknallen. Was? Was laberst du denn jetzt für ne Scheiße? Hat Mila gesagt. Irgendjemand hat das geladen. Die labert halt zu viel Scheiße. Wir haben nichts damit zu tun. Ich laber gar keine Scheiße. Du wolltest auch auf den Hund aufgehen. Bist du behindert? Nein. Der hat den Jäger gegriffen. Dann schacke ich auch auf den. Hast du gesagt? Ich laber keine Scheiße, Alter. Gang, Gang. Warum sollt ihr die lügen? Bist du dumm? Warum solltest du... Ja, das ist der Ticker. Hey, Memo, das heißt, du bist da. Ja, auf den Hund. Auf den Hund. Scheiße, du bist du denn, Alter. Was tut mir der Hund? Come down, come down. Ist das nicht der Jax da? Ich laber gar keine Scheiße. Du hast das gesagt, du gehst auf den Jack. Oh, bitte. Ja. Du glaubst, viel Scheiße zu labern. Klar, gar keine Scheiße. Camilla, ich habe gute Nachrichten für dich. Ja. Du kannst Kusch ausleiden. Echt? Wollen wir was essen? Ja. Wir ausleiden. Dann David meinte, wenn wir streuen halt Kusch im Moment rum und wenn du dich gut um den kümmern würdest, dann hätte er ja kein Problem damit, wenn du den Hund hattest. Das hat doch nichts damit zu tun, dass der Hund morgen nicht mehr da ist, Alter. Was ist das für eine blöde Aussage? Willst du mal einen Heer machen? Wir machen einen Heer. Sorry, aber Alter, das ist absoluter Schwachsinn. Ja, lass alle miteinander schla- äh, beieinander schlafen. Okay, ich will gar nicht wissen, was ihr mit dem Hund vorhabt. Viel Spaß bei euren Orgern. Pijama-Party. Mahlzeit. Johnny kann auf jeden Fall meinen Schwanz lutschen. Schwanz? Uiuiui. Biti, wir haben uns alle zerstritten jetzt. Warum? Wegen dem Hund da. Wir ziehen jetzt die einen blau und die anderen rot an und sagen, hey, ich bin Freddy. Doch immer blau gegen rot irgendwo. Wir dürfen den Hund ausleihen, Curtis. No. Wie misst der eigentlich? Also, angeblich hängt der viel mit der Gruff um. Wer ist das? Aber der, der steunert auch viel. Und, der läuft viel rum. Ah. Ja. Guck mal. Besoffen. Mila, du Hüttenstelst, voll Hunger. Äh, ich hab dir doch gegeben, oder nicht? Doch, ich hab dir gegeben. Ja. Wir müssen mit dem Hund Mafia spielen, dann nennen wir den Pablo der Zerstörer. Ja, und dann kommt Jack wieder und schießt auf den, wenn er auf dem Auto steht. Das war echt dämlich. Junge, wie kann man so dumm sein? Aber das Schlimmste ist, dass Johnny mir hinterherruft, ich soll nie wieder zum Paar kommen. Mit diesem Mistratte. Aber ist okay. Ich geh gleich meine Oldes holen. Doch, der Park ist für alle. Der kann sich seinen Park im Arsch schieben. Der dumme Wixer. Der passt da gar nicht rein. Der macht seine Weisheit und ich lieb jetzt. Warum, wir haben uns alle voll verstritten, das ist vorhin wie schade, aber. Das ist wirklich schade. Dann spielen wir halt jetzt alle Mafia. Ich spüre Bad Vibes. Spread love. Dann spielen wir sie mit, Mafia. Warum, bleibst du hier oder willst du hier? Warum? Ich geh immer rein. Weiß nicht, ich bin ein Team dafür. Kommst du aber mit oder bleibst du hier? Du musst dann nicht direkt beleidigen werden. Entschuldigung. Boah, ich hätte Mamo fast abgestochen. Entschuldigung. Ey, Mamo, alles klar? Mamo, voll die Snitch. Schwörl, der hat das gesagt, Mila. Was für ein bisschen furchtlos. Das ist eine Nutze, Alter. Scheiß auf den Park. Aber schade ist es trotzdem. Stellt sich hier hin und tut so, als hätte er es nicht gesagt. Der scheiß Mitläufer. Können wir mich jetzt alle El Paso nennen? Ich nenne dich Hernandes, krass, ja. Ey, ey, ey. Ich bin Toast. Sei ganz ruhig hier. Toni? Ich bin Crack. Kann der Cody mit uns mitkommen? Genau, wir brauchen einen Koch in unserer Villa. Nein, nicht der Cody. Unser Cody. So. Welcher? Aber wir brauchen wirklich einen Koch in unserer Villa. Der verrückte Cody. Ich nenne mich. Wie nennen wir uns jetzt? Danke, ParkV2. Raupen Gang. Endlich, ist der Aufstieg geschehen. Wer bist du? Wer bist du überhaupt? Ich bin jetzt OG der Raupen Gang. Was für Raupen, Alter? Na klar, Raupen, Junge. Wie f*** ich denn? In sechs Monaten sind wir dann die Schmetterling Gang. Ja und? Butterfly Gang 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 Gang. Wie Butterfly. Schmetterlings. Unsere Verteidigungspaktik ist Kokon. Ja, dann brauchen wir ein Kühlhaus mit so einem Stuhl drin und Autobatterien. Dann sagen wir, Luigi, man will nicht sich gegen Familie. Das ist nicht so schlau gewesen, oder? Mich mit einem weißen Anzug an der Mülltonne zu legen. Du kommst an dem Geburtstag meines Hamsters zu mir. Und verlangst etwas zu mir. Wer bist du überhaupt? Die Tante. Du kannst dich auch ficken, Tante. Weil du mit Jonny knutscht. Du musst kurz den Turf anrufen, Bescheid geben. Klar, das hat geklappt. Spielst du mit, Mafia? Ja. Ich brauche gleich hau ich dir eine Schnauze. Was denn? Was? Mafia spielen. Witzig, Boxen? Oh, Peanut. Genau so, Mafia. Dann schießt der Aulen auf dich. Was war denn jetzt eigentlich mit Memo mit Five-O? Ach, Memo ist eine Snitch, ist ein 31er. Ich hab nur Beleidigungen gehört. Ja, ich weiß auch nicht. Der sagt da so, da sagt er noch am Park, von wegen, ja, ich geh auch auf den Plan. Und dann jetzt auf einmal, ist das nicht so? Ich schwöre, er hat das gesagt. Mina, du lügst mich nicht an. Ich schwöre, er hat das gesagt. Der Standdown hat gesagt, was hat er genau gesagt? Boah, weiß ich nicht mehr. Aber er wollte auch drauf gehen. Und ich so, nein, machst du nicht. Und er so, ja, aber der geht auf Jack. Wenn der auf Jack geht und so weiter. Also er hat nichts gemacht. Ja, das stimmt. Er hat nichts gemacht. Aber er hat halt so geredet. Also will er so mitläufermäßig am rumhetzen. Ja, ich verstehe halt. Und dann hat er nicht mal die Eier in die Hose dazu zu geben. Steht hier und sagt und lügt rum. Ja. Wollen wir jetzt gegen den Junkiepark kloppen gehen? Ach, scheiß auf den Junkiepark. Erzähl mir nur vor Monaten. Man soll Raubüberfälle machen für die Familie und so. Und dann kommt er mir so. Dummer Schwanz, Lutscher. Was haben die denn auch dagegen, wenn da ein Hund rumläuft? Sonst packe ich ihm eine Trickkiste aus dem Fickdeln. Das verstehe ich gar nicht. Vor allem, der ist voll süß. Von dem 56 der Hund hat mich auch beißen. Bin auch immer irgendwo geklettert. Ist der fast gestorben, der Hund? Na klar. Wir hätten immer 5 gehabt. Mit deinem Mädel. Und dann geklappt und so. Überleg mal nicht nur, dass der angefahren wurde und angeschossen. Das ist ja auch noch super viel Stress für den. Bieti, gibst du mir mal meinen Klappstuhl bitte? Natürlich. Natürlich, der ja. Dankeschön. Wenn irgendwas ist oder so. Gibt es mir deinen? Ja, warte. Danke. Kannst du ein bisschen zur Seite vielleicht? Schwester, ich bin am überlegen. Ich gehe nicht so, wenn... Schönen wir mal bitte hin. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hey. Das ist nur ein Klappstuhl. Beruhig dich, mein Pinner. Ja. Vor allem bist du... Wir brauchen mehr Platz, die Mülltonne steht im Weg. Keiner bewegt sich. Müssen wir jetzt Angst vor der Nachtschicht haben? Wir können die Mülltonne jetzt wegschrauben. Nein, die machen nichts. Mein Kusen, ihr wird nicht gekegelt, Junge. Ich bin der jetzt wieder rumpinkelt, ne? Ich bin... Ich renne weg. Der muss halt auch mal. Das ist voll normal. Ja, warum nicht auf mich? Vorhin ist er mir in den Kleidung zu laden und pinkelt hinterher gerannt. Ich weiß nicht, warum. Warum habt ihr euch eigentlich voll geborgs, Curtis? Alter. Ich hab... Ich hab... Wir haben diesen Hund gefunden. Ja. Und der wurde angefahren. Ja. Und wir waren mit dem in die Tierklinik, kommen danach zum Park und das erste, was Jack macht, ist, was wäre die blöde Töli hier und so. Beleidigt den Hund. Dann habe ich dem Jack eine geklatscht. Dann habe ich mich gegen den gepügelt und dann hat der Hund mich natürlich verteidigt. Und dann ist Jack wie so eine kleine Bitch auf ein Auto geklettert und war schon in Sicherheit... Ja, das habe ich gesehen. ... und schießt auf den Hund, Alter. Und dann bin ich durchgedreht. Dann meinte Johnny so, komm nie wieder im Park und so ein Scheiß. Was für ein Kindergarten wegen so einem Hund, Alter. Der soll sich dann im Park im Arsch schieben. Ist der Hund gefährlich? Nee, oder? Nö, macht der irgendwas? Der wollte mich nur verteidigen. Ja, das ist verständlich. Du hast ihm ja geholfen. Normal. Ja, aber dann schießt man direkt auf den Hund. Er hätte ihn in die Luft oder so schießen. Der macht der Pipi bei Demba. Demba, der hat sich angepinkelt. Bitte schießt nicht auf den. Hat der mein Versacker... Geh weg. Vollidioten hängen im Park und sagen, mach das für die Familie und so. Geh weg. Boah, ich hasse Muskel euch, ne? Geh weg. Ich finde mir gleich einen Pounder und fahre da rein. Geil. Hörst du, nimm deinen Hund an, alleine. Nein, lass den laufen. Lutsch seinen Sakko an. Los. Der Hund ist ein Freigeist. Genau, der Hund ist lieb. Warum greift der mich an? Kann ich denn ran? Der greift dich nicht an, der will spielen, du Idiot. Hast du jemals im Leben einen Hund gesehen, du Trottelkind? Der rennt weg, Pinat. Hol den dir. Fass. Nein, nicht fass, nicht fass. Nicht fass, nicht fass. Und schwimm vorsichtig auf die Straße. König, es wäre der jetzt losgerannt, der Motorradfahrer hätte den wieder gefahren. Ich glaube, der Hund mag keine Mafia, ich sollte mich vielleicht umsehen. Wer will du nur spielen? Ja. Boah, wo bleibt unser Essen, mal da? Hunde sind fein, das ist Menschen. Ich habe dir das doch gegeben. Ah, boh. Ich habe dir Burger gegeben. Habe ich kein Schmelder bekommen. Du bist ein Feuer, ja. Du bist ein Feuer. Bruder, was haben wir regiert, Digger? Ich lösche mich hier selber, Digger. Der kriegt mich nicht. Ich schwöre, der will mich beißen. Der will mich beißen. Nee, der guckt doch mal, der will spielen. Ja. Komm, spielen. Ich kann meinen Hut nicht so weit werfen. Ich kann dich werfen. Der denkt, du bist ein Knochen. Was will der? Hier, nimm den. Lutsch seinen Schuh. Hier. Gupfel, du hast eine bestimmte Lüffelwurst bei. Nein, habe ich nicht. Das war dein Fuß, das stinkt ein, Gupfi. Der will daran riechen. Ich habe ein Kinderkampf. Hier, nimm doch die Bürger. Warum schmeißt du das selben geblendet, du? Fütterlern. Nimm das. Ich habe ein Teddybär. Das ist mit Kindermeld, das ist für Kinder. Warum liegt hier so viel Post? Ist der Briefträger oder was? Will der meinen Hut haben? Mila, wo willst du hinziehen? Das ist die Frage, was können wir uns leisten? Ich wollte schon immer mal nach Bollywood. Können wir nach Bollywood? Spotlight, Moonlight. Geht ihr zu die Water? Wollt ihr ausziehen, oder was? Ja, Johnny hat doch gesagt, du sollst mich verpissen, dass ich ein Mist gebolt bin. Okay. Glaube ich da ab. Scheiße, wo ist dein Schiff, Pimmel? Luxus. Where's you at, motherfucker? Das unter der Brücke ist. Ich mach mal einen eigenen Klick auf, dann fick ich euch. Komm doch. Du fickst mich niemals, Kollege. Johnny war schon immer der unsympathische von allen. Der hat immer die wenigsten Geschenke zu Weihnachten bekommen von allen. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viele Actionfilme geguckt. Ich habe immer kartonweise Fruchtzweige bekommen. Ich weiß aber nicht, warum. Ich habe immer CD-Rohlinge bekommen. Rohlinge. Ja. Aber ich hatte keinen PC. Ich habe letztes Jahr von dem Besen zu Weihnachten bekommen. Ein Besen. And nobody cares, Junge. Yeah. Aber ohne Stange. Warte mal, ihr bekommt Geschenke? Aber du musst ein DLC kaufen. Was soll ich mit einem Besen? Ich wollte ein Nimbus 2000. Ich bin 2000. Nein. Du bist 2000. Du bist 2000. Du bist 2000. Ich bin komplett alleine. Oh shit, man. Ist hier in der Nähe was frei? Dann kann der Kleine auch immer zu seinen anderen freunden. Ich wollte doch... Hör. Hör. Weißt du, ich muss nur gucken gehen. Ich bin ne Villazin. Giffi, guck in die Realität. Du kommst mit, Giffi, du bist ein Freund? Jo. Das ist mein Bruder. Ich kann doch meinen Bruder nicht in Stich lassen. Gehst du dann auch zum Friseur, Giffi? Wieso? Ja, du musst die gleichen Haare habikadas. Nee. Hast du nur die gleichen Haare? Na klar, guck. Oh, die Sonne ist aufgegangen. Ich weiß doch nicht, wo hier was frei ist. Willst du jetzt nicht alle nochmal an den Tisch setzen und alle mal reden? Verpiss, ich rede nicht mehr mit dem. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich werde auf jeden Fall nichts klären. Deine Message war deutlich. Wir ziehen zu Linear, die sind nicht am Kuscheln. Verstecken wir uns nicht hier hinter denen? Oder geh doch zum Bullen. Die können dir bestimmt sagen, wo sie noch nicht eingeritten sind. Das ist bestimmt frei. Ja, hier in der Nähe wird schwermi, da ist es über Gang Gang-Gebiet. Ja, stimmt. Lass doch einfach zurückerobern. Ich hab keinen Bock, wie so ein Punta-Papagei rumzurellen. Ich hab ne Idee. In lila-blau oder so. Ich zieh mir das die Kunden an. Ab in den Norden. Ich werde Rocker. Right or time. Affer, Junge, Affer. Wir holen uns ne Filmer. No drugs in den Norden. Das ist aber schlecht für uns. Wollen wir uns nicht alle ne Chopper kaufen? Wir machen ne Patch-Over. Wir machen jetzt nicht mehr Mafia, sondern wir machen jetzt Mayans. Das ist doch die Grovesy da hinten, oder nicht? Ja, Cici, Senor. Glaubt ihr da hinten ein bisschen Pew-Pop-Up? Nein, das würdest du hören, wenn die Popcorn machen. Popcorn nennt man das also. Da ist doch die Grovesy da hinten, oder nicht? Ghetto-Vogel. Da, irgendwo da. Gang Gang. Vielleicht sitzt da wieder einer im Gebüsch und kackt. Ich mach Gang Sign auf der Toilette. Meinst du, die laden das hoch? Raupen Gang, my fucker. Genau, wir sind jetzt die Raupen Gang. Wir tragen Grün. Und unsere Fleck ist ne Schmetterling-Maske. Nennt mal Renata. Oh, 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 Vorsicht. Raupen Gang, my fucker. Oh, oh, tust du den? Der kennt sich ja aus. Ja, okay. Gleich verpissen sich die Bullen. OG Kelp kommt zurück. Pass auf, der bringt dir gleich ein ganzes Kalb mit zurück. Wir machen die Salamis. Wir machen die Salamis. Dann stehen wir immer vor dem Turf und sagen, hier, wir sind die Salamis. Ihr habt uns Disrespect. Das ist 200 K. Das knallt. Und ein Backofen-Salami. Wir tragen Brauen dann. Oh, nee, besser nicht. Vielleicht können wir uns hier ne Hütte bauen auf dem Berg, wo wir gekuschelt haben. Wir haben auf keinem Berg gekuschelt. Was? Doch, ich hab doch, ich sollte doch filmen. Isst du? Wir sind die Cousins. Ja, deswegen sollte ich ja filmen. Bleibt in der Familie. Wo fällt es? Ey, wir können in einen Bergkirchen sehen. Warum pinkelt der so laut, Alter? Der ist da hinten am Stadtrand der Welt. Oder war das Shorty? Nee. Ja, das hat schon hart geplatscht, weil dein Schwanz so nah am Boden ist. Weil du so klein bist. Alter, geht doch irgendwas ab. Lass mal gucken. Ja. Geil. Content. Ich bin Reaction-RP-Streamer, Alter. Ja, manchmal Hüise-News-Character. Wir müssen umdrehen. Und wir müssen bei Rot halten. Ralf, I'm out of the cup. Ich mach hier ein Internet-Café rein. Internet-Café? Ja, dann spiel mir kaum das Trick. Ja. Oh, da geht was ab. Wieso ziehen wir noch die anderen Arcade? Fuck. Nein. Nein. Wo sind die Vogel? Wo sind unsere Händchen? Das geht nie ab. Haha, du bist der Mars. Guten Abend. Wunderschön. Wo ist denn der Hund? Da kriege ich meinen Personal aus, weiß nicht. Draußen ist der. Ja, hab ich ihn schon längst zugesteckt. Dürfte die Herrschaften bitten, nochmal den Laden so lange zu verlassen? Warum, was habt ihr hier vor, meine Frau? Du musst es mit der Dame erstmal einfach rein. Ja, ich wollte einen Teddy kaufen. Werden Sie festgehalten, die junge Dame? Gegen den Willen? Gegen ihren Willen? Nein, nein. Sonst werden die Bretter verteilt, Kollege. Ich hab meine ganze Clique mit dabei. Der Baumarkt ist direkt um die Ecke. Könnt ihr der Praktikantin immer sagen, die waren mit dem Pferd da unten aus? Hast du Sprachfehler? Ich hab Pinot. Glück gehabt. Ja, die ist Gangster, weil gerade zwei Bullen da stehen. Wir sind furchtlos. Es ist erkältet, Mädchen. Mach schön Pipi, Pinot. Mach schön Pipi. Genau, Feini. Feini, Pinot. Feini. Ja, ja. Oh, nein. Alter. Sorry, Curtis. Ich wollte gegen das Auto hauen. Abo. Hat er nicht gemacht. Lass doch einfach in die Tankstelle ziehen. Mach der diese. Ja, jetzt versteckt er sich. Ach, der hat mich eh nur vom Schienbein gehauen. Und der hat ganz weit nach oben ausgeholt. Der ist dazu noch gesprungen. Ey, das ist gar nicht so witzig. Apotheke ist gleich da hinten. Gestern, gestern habe ich ein Knie ins Gesicht bekommen, weil ich um die Ecke gerannt bin. Bist du noch vorbeigelaufen? Warum ist ein Jogger an dir vorbeigelaufen? Nein, am Park. Als du deine Beulerei hattest. Dann weck dich auf mein Schoß, mein Sohn. Okay. Was möchtest du dir zu Weihnachten? Okay, wenn du schon so sagst. Ich glaube, wir müssen zur Seite. Warum? Ich habe jetzt hier meinen Klappstuhl aufgestellt. Bleib jetzt hier sitzen. Das ist jetzt mein Töpfer. Genau, lass ihn die Tankstelle ziehen. Was denn? Lass auf dem Dach unsere Zelte aufschlagen. Ey, Michael. Vorsicht, Laufi. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Komische Leute. Der Tod ist wieder vorbei, Alter. Die haben Angst bekommen. Die wollten ein Teddy kaufen und der Typ hat den Knopf gedrückt. Och Mann, der hat so eine geile Ausstattung. Ich will da drin sitzen. Lass Karre klauen. Ja, dann klettert er durch den Auspuff rein. Was hat die zu den Bullen gesagt? Die hat gesagt, die wollten ein Teddy kaufen. Ich will auch. Deswegen sind die Bullen gekommen. Die hat sich schon fünf Stunden diesen Plan überlegt. Mit Hubschrauber, alles. Boah, wir sind die Wraupen Gang. Wir verteilen Bräckchen im Laufen Band. Ich teile hier nur die Poste aus. Moin Meister. Wärt ihr euch bitte einen Erkennungsmerkmal suchen? Ja, wir brauchen ein Erkennungsmerkmal. Wir brauchen alle den Schwanz rausholen. Sieht gut aus. Ich hab mal. Egal, steck deinen Arm in die Hose und mach den Kuschler auf den Finger raus. Dann nennen wir dich Slim Dick. Ich bin Young Decker Dick. Ey, das bin ich. Ich bin Benni Bauer Dick. Young Decker Dick. Ich bin Small Dick Johnson. Warum ziehst du den Demba hinter dir, du Vieh? Hast du dir eine Leine dran gemacht? Oh, Jupp. Ist er wieder so faul zum Laufen? Der hat er nicht abholt. Das ist so bescheuert. Jetzt kommt Demba. Damma, es ist noch kein Schnee da. Du kannst keinen Schlitten fahren. Warum nicht? Ich bin Pavia ein Arsch. Richtiger Fein. Ich bin mit der Hose, als er seinen Arsch brennt. Du warst doch mal bei der Feuerwehr, Biti. Ich geh's aber pennen. Tante, soll ich den Wagen galassen? Demba, was war ich? Du warst doch mal bei der Feuerwehr. Ich war bei Itho Grip. Du wirst gekündigt. Ich weiß warum. Weil du hast keinen Schlauch. Du Kriminelle, du wolltest einen Chopper befallen. Das war. Ich geh's so gut. Ja. Okay. Hast du neue Freunde gefunden? Der wurde heute angefangen und abgeknallt. Oha. Dann haben die mich eingespitzt. Ich glaub, wir sind heute ein schlechter Umgang. Gute Nacht. Weiß aber warum. Hau rein. Ihr müsst auf ihn aufpassen. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, wir passen euch auf. Stimmt nicht, dass ich mich alle verlieben bin. Wartest du im Krankenhaus? Ja. Okay. Na klar, wir waren sogar in der Tierklinik. Fuck. Weißt du, wem der Hund gehört? Ja, der Groove. Warum hat der keinen Hals? War nur kein Chip? Weiß ich nicht. Weißt du überhaupt irgendwas? Mit deinen komischen Zuckerwattehaaren? Nein. Nein, erzähl doch nicht so. Der Hund ist frei. Der wurde eingesperrt. Der ist ein freier Vogel, der eingesperrt wurde. Du hast einen Adler versucht, einen zu sperren. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du eingesperrt. Hast du gerade in den Haaren geleckt? Ja, ich wollte noch probieren. Wo nach schmeckst du? Nach Kelp? Nein. Nach Zuckerwatte. Nach Oil of Olas. Aber das riecht ein bisschen Aschenbecher. Oil. Oil. Nein, Oil of Olaf. Ui. Ui, dickelt. Ja, wir sind englische. Klar, jetzt. Kuma. Ui. Ui. Kusch, ich habe gehört, du schläfst bei Mila. Ja, na klar, jetzt mal eine Verlobte. Nein. Er meint nicht dich. Ja, ich heiß Kusch, ne? Ich auch, ne? Die schlafen alle bei mir. Ja. Ja, er heißt auch Kusch. Ich will auch Kusch heißen. Alle Mann. Ja, du darfst bei uns Heier machen. Bietig, komm, geheiratet. Wir wissen nur noch nicht, wo wir Heier machen. Wir wissen nur noch nicht, wo wir Heier machen. Ähm, okay. Wo ist denn hier was frei? Bei der Akade ist aus uns das Bild. Da können wir zumindest heute schlafen, wenn wir nichts finden. Bei der Akade. Unten war doch dieses Bett. Müssen wir uns drei uns mal zusammen kuscheln. Er will gar nicht anders kuscheln, kannst du auch mit zu mir kommen. Nein, der bleibt übrigens. Hallo, ich bin verlobt. Du kannst mir doch nicht so ein Angebot machen. Vor seiner Perle. Ich gebau das bei meinem Pinkeln. Aber wir heißen auch Kusch, dann wahr? Was? Wir heißen auch Kusch? Ja. Abo. Wir wurden so geboren. Geboren? Ja. Guck, so mach ich Pipi. So. Du bist mein Freund. Na klar, guck, oder manchmal mach ich auch so. Weil ich mich nicht hinsetzen will. Kannst du das für Gartenstatue behalten? Oder so am Pissoir. Oh Gott. So kann ich auch besser abputzen. Aber nur wenn der lange... Aua, Pinat, nicht schupfen. Nicht schupfen. Nicht schupfen. Nein, das ist so weit weg. Das sind Down... Nein, das ist nicht Down-Town. Nordenstadt. Ich hab ab, ich ziehe jetzt eine Villa. Ja, ich hab doch jetzt Bentley. Ich besetz die einfach. Wo hast du nur das Geld für die Kar, ja? Da hat er sich zusammengeschnullt, der tolle Wichser. Das Geld wurde geboren. Das Geld wurde geboren. Nein, das hab ich geschenkt bekommen. Eigentlich könnten wir Meisterdiebe werden, wenn wir noch Shorty ins Boot bekommen, ne? Der kann immer durch die Lüftungsschlitzel in die Juwelierladen rein. Ja. Ja, ich pass da bestimmt auch noch rein. Ja, genau. Du wolltest jetzt mal durch die Hundeklappe gehen und dann bist du mit deinem dicken Arsch da hängen geblieben. Und hast mich gerufen, Curl is I'm stuck. Ich hab das Video letztens gesehen. Ach ja, ich hab ein Video gemacht, Milda. Stopp, bitte. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich musste mit dem stiftenden Gesicht auf deinem Popo malen. Sie sah aus wie unser Briefträger. Und dann hast du mal reingetreten, wie beim Dress von gestern. Ich hab sogar noch gespüchert. Ihr seid so super cool. Wollt ihr sie? Zeig mal. Zeig. Nur, ich will nichts sehen. Kannst du ihn nicht so gut meinen, wie ich. Okay. Aufgehende Mondsonne gemalt. Ich bin nicht hässlich. Ich bin so geboren. Genau, wir sind so geboren. Auch mit Tattoos. Geboren. Bist du Pirat? Ja. Ui, Piratenkönig. Mein Papa ist auch Pirat. Du brauchst ein Tattoo noch. Oh mein Gott, der wird. Ich glaube, ich hab jetzt meine Berufung gefunden. Hab versteckt. Was denn? Weiß nicht. Habt ihr keine SMS bekommen? Doch. Ach so, doch. Sollen wir uns dann bewerben? Was ist denn das alles? Ist die? Ist das nicht das Chef, die Partner? Ja, aber ich bin nur scharf. Hau die Partner. Hau die Partner. Ich besag mir neue Papiere und nehm ich colde Bourbon. Dann nehm ich mein Zungenpiercing raus und dann kann ich schuffeln um dich reden. Lach nicht, der leuchtet im Dunkeln. Ja. Dafür ist deine Zunge geschwollen und du steckst immer ein Mila fest. Ja. Aber nur wenn meine Zunge verkrampft. Wenn ich mich erschrecke oder so. Er macht den Flapper-Schönlich. Er macht es nie wieder an und sagt, bring Eiswürfel. Nie wieder. Das sah aus wie eine geboren, ne? Ja. Das wäre dann was geboren, aber das war nur kurz Zunge. Und dann sagt die Nina, oh, die Eislöffel tut Pickel in meinen Bauchnabeln. Der Mann hat schon Dinge gesehen, die könnte kein Sicherheitsverarbeiten. Ihr seid alle scheiße. Richtig. Ich baller mit dem Wäffel. Ich hab schon Dinge gesehen, die können ja alle nicht verkraften. Ich hör das Krims, total schrecklicher Anblick. Hey, ich hab den auch schon gesehen. Wie lange musstest du suchen? Lang. Und dünn. Und dünn. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Wir müssen mal, der letzte Vergleich ist schon lange her, wir müssen mal nochmal nebeneinander halten. Hast du denn das Miniaturzollstock noch? Ja, Miniaturzollstock. Na klar, ist in meinen Lieblingsschub da. Wo auch das Nähzeug drin ist? Ja, für den Modellbau. Ja, ja. Aber diesmal machen wir die Heizung an. Die zwei Millimeter nehme ich Müll. Aber du darfst nicht mit unfairem Mitteln spielen. Du musst zu deiner wahren Größe stehen. Wir sind so gestraft worden fürs Leben. Das ist aber nicht schlimm. Egal, wir waren schon immer ein Tech-Team. Was? Das ist mein Pips. Weißt du noch damals, damals wir 16 waren, als wir die Jockelinen abgeschleppt haben? Ja, die hat uns Pizza gemacht, ne? Ja. Ja. Und als wir damit da knutschen wollten, dann hat sie uns ausgelacht. Aber die Huckepack-Taktik war gut. Ja, wir wollten Sacken ausziehen und dann Huckepack da reingehen. Wir hatten sogar Bauabalte-Helme auf. Mit Lampe drauf. Wir haben gesagt, wir müssen hier Rohre verlegen. Es ist fast so dunkel wird da drin. Wir konnten da nichts anrichten. Wir haben sogar gegen die Innenwände geboxt. Der hat nichts gespürt. Jacqueline, die alte Stadtgarage. Ja, ja. Die alte Spur, die tun alle. Ah, die hat uns alles geglaubt, ne? Wir kamen mit Bauabalte-Helme und haben gesagt, wir verlegen jetzt hier Rohre. Fand die voll okay. Komischerweise hatte die nichts an. Die meinte, die war aus der Dusche gekommen, aber ihr Gesicht war voll schmutzelig. Die war gar nicht eingecremt auch. Ne. Und die hatte hässliche Cousins am Rücken. Aber die fanden es okay. Das war unsere erste Fahrung. Ja. Das hat uns zum Wachen gemacht. Da konnten wir unser Kleingeld loswerden. Wir sind mit vier Strümpfe hingerannt. Mit Klimfergeld. Unser ganz verspartes Taschengeld. Ja. Eigentlich wollte mir Schiff kaufen davon. Wenn man die Kopf überschüttet, kommt dann aber raus? Nur Kinder. Die wurden geboren. Deshalb sagen wir auch immer Whatafiki, weil das war die Nachname. Also bist du jetzt der Vater? Ne, ne. Wissen wir nicht genau. Kann das sein, ich. Mila, das war vor unserer Zeit. Nicht sauer sein. Hä? Nicht schon okay. Der hat gar nicht zugehört. Okay, gut. Ja, ja, die gute alte Jacqueline. Genau. Ich habe ihm schon so einiges aufgerissen. Also wir haben uns versucht. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir sind doch immer in die Disco gegangen, haben Weibern getanzt. Genau. Ganz mit dem rechten Bein, nicht mit dem linken. Ja. Von beiden Seiten. Komischerweise haben die Weibern immer angefangen zu kichern, wenn man es so gekitzelt hat. Der wurde aber auch schnell hart. Ja, wenn du nur zwei Milliliter Blut brauchst, dafür hast du es normal. Das konnten wir nur im Sommer nicht machen, weil die dachte, da sind Bienen drin. Die wollte den Pickel gleich ausdrücken, ne? Ja. Die hat immer gesagt, okumaya. Egal, das kommt auf die Innenwerte an. Genau. Du bist nur eine Freundempfindung, die auf dein großes Herrn steht. Richtig. Wir haben nämlich mehr Innen als draußen. Genau. Schmerz. Gute Besserung. Gott, das soll ich dir mal am Arsch treten. Vielleicht kommt er ja dann vorne raus. Nö. Scheiße Taliban. Aus dem Zirkus. Grüße. Gang, gang. Tag. Grüße. Wir haben eine Frage hier in der Runde. Ja? Ja, grüß dich, Demba. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Also, wir sind die beiden die Manager von Barfuß-Betlam, ein aufstrebender Basketball-Club aus der Southside hier. Wir suchen gerade noch motivierte Spielerinnen und Spieler oder Angestellte im Marketing- und Sicherheitsbereich. Ich bin Football-Spieler, bin Kicker. Ja, Kollege, du wärst einer für den, ja, du könntest Stadionsprecher werden. Kann, geh auch nicht. Sprecher oder der Hochschmeißer für die Chili das. Du könntest die Unterstützung für unseren Jumbo-Schreiner sein. Der ist schon angestellt, festangestellt. Der schmeißt du bis aus dem Dach raus. Aber ich dachte, der tut kochen. Ja, der XXL-Schnitzel macht er davor. Die ist aber meistens alle selber. Wir hätten dann noch für die Choreo, hätten wir noch den Oliver Kahn eingestellt mit dem Heiko Westermann zusammen. Wer ist das? Ja, das sind Legenden im Basketball. Im Basketball? Ja. Ja, Basketball-Legenden. War Oliver Kahn nicht Volleyball-Spieler im Tor? Weiter, keine Ahnung, aber er braucht Eier. Ja, wir haben tatsächlich dann noch für unten für die Pyramide den Boden, den Per Mertesacker, den Thorsten Frings im Angebot. Die stabilieren sie den Boden der Pyramide für das Schieleding-Team. Was für eine Pyramide? Ja, guck mal hier. Ach so, für das Schieleding-Team. Ja, ja, ja. Aber eine Schieleding-Team. Ja, ja, richtig, richtig. Braucht ihr vielleicht nur ein paar Background-Tänzer? Ja, auch, 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 auch. Ja, lass uns bekommen. Können wir mal was zeigen? Siehst du? Ja, wie gesagt, wir verteilen nur das Geld. Ja, dann zeig du uns doch einfach mal die Choreografie. Ja, dann müssen wir nochmal mit der HP4 reden. Ich kann tanzen für 10 Dollar. Ja, warte. Pasha, wir können doch verzeigen, oder? Ja, gut. Ist das auch einer von euch? Wer? Nee, das ist der Craig. Das ist keiner von uns. Habt ihr auch Dirk Schneewittchen gekauft? Dirk Schneewittchen? Aber die Idee, ich mit dem Helm. Der kann aus der Kanone geschossen werden. In der Halbzeit. Ich schieße mal dann in den anderen Korb rein. Guck mal, Craig, dein Vater. Bist du's, Papa? Ja, mein Sohn. Lange ist es her. Ja, zu lange. Hast 18 Jahre, musst du Kindergeld nachzahlen. Und Mama hat gesagt, schuldest du auch noch 5.000. Also, raus mit der Kohle. Ja, das Problem ist, ich bin ein Geringverdiener, Mindestlöhner bei Netto an der Kasse. Habt mein Sohn. Hast du auch Sterne hinterm Urteil, du wählt? Ich hab auch einen Piercing. Also, Piercing. Ich dachte, du bist Manager. Was ist denn jetzt hier die Wahrheit? Ja, eben stimmt. Du hast gesagt, du bist Manager. Ja, das Problem ist, ich darf's doch nicht. Hey, guck mal, das ist Steuerbetrug und so weiter. Ich darf's halt an, jemand, ich wirklich verm- Ja, mach das doch. Ich weiß nämlich genau, wer du bist. Ich pätze. Wer bin ich denn? Ich hab dich erkannt durch deine Maskerade. Wer bin ich denn? Du bist der Typ von dem 56. Scheiße, er hatte da keinen, nein. Fuck. Ah, wir sind aufgeflogen, Nate. Und das ist Nate. Nate Dogg, der Wapper? Nein, der ist schon, unter der Erde leider. Der ist tot. Hä, warum hast du deine Kopfhörer am Kinn? Weil sein Heizmuck gehört. Der hat Kiemen, der ist so geboren. Junge Denver, sei froh, dass ich meine Brille auffette, sonst wird sie kotzen so sehr wie ich schiele. Grüß, habt ihr schon alle was bestellt? Okay, dann behalte auch bitte die Brille an. Habt ihr schon alle bestellt? Ja, sehr gut, okay. Ja. Also Denver, du bist motiviert, hab ich gehört. Ja, ich bin Kicker, ich schieße den Ball von hinten ins Tor rein. Perfekt. Drake, für die Halbzeitshow bist du eingeplant ab heute. Dich schieß mal aus der Kanone raus. Ja, du jonglierst mit deinen harten Socken. Läuft. Nein, ich werde aus der Kanone geschossen, hast du doch gehört. So, gehört, dass du bist der Stadionsprecher. Okay. Aber man sieht auf jeden Fall, dass er harte Socken hat, weil deswegen gehen die Schuhe nach oben. Soll ich den Crack mal mit dem Kofferraum wegkatapultieren? Aber dann kommt Vegas so nicht drauf. Dann müssen wir mit der Flex kommen. Das ist Papas Aufgabe. Hast ja was zu tun. Ich hab ne Flex zu Hause im Garten, Kollege, dann vertraue mir, da hat Mutti Spaß dran. Da hat Muttern Spaß dran. Ich flex auch ordentlich. Die müssen aber erst mit dem Mund eingeweist werden. Was ist denn eigentlich mit deiner Stimme? Hast du so ne Batman-Maske? Ja, das liegt an der Türbahn. Achso. Bist du jetzt zufälligerweise, wo hier irgendwo ne Wohnung frei ist? Ähm, wir haben bestimmt hier unten ne Ranch, haben wir noch was zu vermieten, oder? Nein, da will ich nicht wohnen. Achso. Irgendwas Schöne. Habt ihr auch nicht so asozierlich? Ich zieh mich aus dem Jungle Park aus. Oben, oben die, äh, hier, die Farm da in Graveseat. Da, wo die Maxis gewohnt haben. Hier hätte ich nochmal ein Gebot. Was ist denn Maxis? Die sind ja auch noch in so einer Zierkluft. Wir wollen Dorfkinder werden. Achso. Ja, zur Not, äh, wir, Julia Leischik, könnt deinen Vater suchen, wenn du brauchst. Ich hab guten Kontakt zu ihr. Hm, hättest du das noch was angehört? Was denn? Hab auch nicht zugehört. Ich dachte, du hast zugehört. Nochmal, warst du wo? Dember. Ja? Du hast Mutter. Was für eine Mutter? Ja, deine. Ich hab keine. Die ist weggelaufen. Der kommt dann. Lange, lieber Amerika. Ja? Warum kommt der mit einer Fackel aus dem Restaurant? Eurotechnik ist kein Verbrechen. Das ist einer von der Hooligans. So, ich dachte, du hast die Burger gebraten. Das ist einer unserer größten Ultras. Ja, ja. Okay, ich werde Spieler. Was verdiene ich? Wie groß bist du und wie schwer? Das ist ja erst mal die Frage. Äh, ich schätze mal so 2,30 Meter und 150 Kilo. Der wechselt auf den Straßen noch mal die Glühbirnen von den Lampen. Ohne Leiter, wohlgemerkt. Ähm, dann wärst du prinzipiell was für Decenter. Ja. Ja? Da würde dann deine Bezahlung, würde sich variieren nach deinen Leistungen. Ich bin der Beste. Weißt du mit Vorschuss? Aber ich will auch spielen. Aber ich brauche auch Vorschuss. Ja, wie groß bist du und wie schwer, das brauche ich mir auch noch zu wissen. Auf der Straße nennt man mich kein der Brecher. Bin ich, du hast mich letztes Mal gebogen. Kommst du mit der KTM? Ja, ja. Kann ich auch mitspielen? Weiß nicht mehr. Ich bin locker 1,90 Meter. Locker. Du hast gelogen. 2,90 Meter. Ja, er wäre 2,90 Meter. Also ich kann den Ball in den Korb einfach so einlegen. Köpfen. Und ich kann am Fall rückzehen. Das ist wichtig im Basketball tatsächlich. Ich war immer gut im Bildert. Weil ich hab meinen eigenen Stock mitgebracht. Ich bin ein Freund der Eindruck. Ich hatte immer so einen Ast von einer Eiche. Aber ich spielst du auch immer ganz rot danach, wenn du die Bälle angeschoben hast. Der war vorne ganz dünn und hinten wurde dicker. Ich wurde angerufen. Maxchen ruft mich an. Hallo Maxchen. Du warst das. Ja, was los? Ja, geht. Soll ich zum Junkie-Pack kommen? Danke, danke, danke. Ja, okay. Dankeschön, dankeschön. Jetzt geht es los. Ja, mach ich bis gleich. Für das war Schneeweiß-Beatlein. Ja, schön. Wo ist Schneeweiß? Okay, wegen Spieler meldet euch, wenn ihr los müsst. Ja, ich hab auch Buffer Lust. Ich kann auf jeden Fall nur größer werden. Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt noch als Angebot steht, für jeden Mitglied im Verein gibt es die Weihnachtsfeier am 26.12. Aber dann ist Weihnachten schon vorbei. Ja, dann ist auch eine Weihnachtsfeier nach Weihnachtsfeier. Ist doch egal, Essen zum Sanska, das ist immerhin da. Gibt's Torte? Ja, ja, Buffett gibt's auch. Es gibt Torte. Waren Buffett? Ja, ja, und danach gibt's den Desert auch noch. Desert Eagle? Ja, ja, auch. Tach, tach und so. Gibt's auch Twinkies? Und Reezys gibt's auch noch. Darf ich einen Schlappen kommen? Äh, ja, Barfuß wäre am besten. Ach so. Aber ich hab ganz viel Hornholt, ne? Das ist mir ganz egal, das macht manche Leute geil. So, will irgendjemand von euch noch was zu essen haben? Ja, ich wieder da, ne? Nee, sorry, ich hab mich bei den Maxis schon bedient. Ja, ich nehm noch ne Ananasburger. Ne Ananasburger mit Käse? Ja, und Chicken. Ja gut, schickt mir den Vertrag zu. Aber ich brauch nur den Vorschuss. Äh, ja, das hängt zusammen. Ich muss nicht nur Haus kaufen. Wie würdest du eine Leistung bewerten? Drei. Von welcher Skala? Äh, also ich mach auf jeden Fall ein paar Dunkin Donuts. Kurt, Kurt ist war Rookie of the Year. Genau. In NF&L. Ja, Vorschuss müssen wir dann auch mal mit unserem Finanzberater quatschen mit der Peterswegart. Aber ich brauch auf jeden Fall einen Vorschuss. Besser ist das. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich denke, ist kein Verbrechen. Ich würde ja gerne winzitier. Ja, das lassen wir. Taker, sie sind aus wie ein motivierter Thorsten Frings-Fan. Thorsten Frings-Hooligan. Thorsten Frings? Wir Tösten. Ach, wen höre ich da, der will hier ist liebliche Stimmchen. Ja, ja, besser ist das. Oder so ein Mediziner, wir können uns prügeln. Ey, maß das. Ich glaube, der zeigt mir das Weltmobil in die Luft. Fuck. Ich glaube, außen los. Ey, denn wir darf ich noch eine Stelle geben? Bürotechnik. Hast du einen Kuss? Herr Rösten, Popöchen, soweit alles gut hier. Herr Popö. Der Drillkonstrakter ist auch da. Obacht, da ist ein paar Bomber. Herr Rösten, werde dich. Stehe gestanden. Ei, ei, Gott schütze Amerika. Geht's euch jetzt gut oder nicht? Mach ich Kontrollgänge. Weiß nicht. Hilf mir uns boxen? Kannst du meinen stillernen Körper einmal untersuchen? Du meinst, die Speckschwarze, die da runterhängt? Oh. Abo. Hat sie nicht gesagt. Ey, Wallah, sie hat dich gefickt, ja? Das ist unser Teamarzt. Ich habe nicht zugehört, was? Ja. Ja, ihr wollt euch boxen? Ja. Ja, komm. Hika, ich boxe, ich komme. Komm, Craig, willst du nochmal aufs Mote kriegen? Nee, ich will Jack boxen. Ja, komm, Craig. Jack hat nämlich Angst von mir. Wer will sich jetzt hier hauen? Ich boxe, ja, komm. Ich boxe, ich boxe, ich boxe. Ich werde das natürlich boxen. Für Spaß. Warte, ich mache Pyro-Technik. Nein, mir geht's nicht so gut. Wer kloppt sich? Lass doch Masken. Okay, mach das nicht lecker. Pff. Das bin ich überfordert. So dumm. Was sind eure Teamfarben? Erzählst du gerade Grusel-Geschichten? Nackt. Lila-Gelb. Nee. Nackt. Ja, ja. Wieso Lila-Gelb? Rufst du Bett? Hallo. Wenn die Farbenkommunen sind cool. Ja. Okay. Wer trägt denn Lila-Gelb? Irgend solche Idioten. Ich bin Pink-Träger. Das sieht man. Hilfe. Ich habe eine Sonnenbrille an. Du kannst mir nichts mit deinem Licht. Okay, da kannst ich mich mit da rangieren. Ich schaue an der Brille vorbei. Du bist, du siehst auch sehr, sehr gebildet aus. Ich? Eingetildet. Auch ein Schutzschutz. Geht so. Ein Jahr in der Schule. Du Wichse. Ich bin ein Talent. Ja, warte. Ich muss mir kurz... Ich habe die meisten Tackles in der ganzen Liga. Ja, das hört sich gut an. Hört sich gut an. Ich bin nichts im Mund. So. Jetzt sind die Teamfarben. Aber barfuß musst du laufen. Voll okay. Okay, gut. Gibt es ein wenigstens umsonst Pediküre? Alles. Von unserer Teamärztin da auf oben. Der Drill ist hart schon. War das jetzt gerade die? Ja, ja. Kann ich meine eigenen Nerven mitbringen? Ich habe Angst vor der. Okay, das geht auch. Soll Mila das machen bei dir? Alle, außer die. Ich habe Angst, dass die mir den Fuß beißt, weil ich denke, es ist Schokoriegel. Okay, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, hier. Bei... Bei... Daneben. Im Alle. Ja, ja. Wie heißen sie hier? Mila, warum bist du so still? Tante. Ah, Tänchen. Du bist so still. Oh, ich habe einfach zugehört. Wie viel ist mein Fuß versichert? Mit welchem Betrag? Bei 25.000. Pro C? Äh, weiß ich nicht. Pro Fuß. Pro Fuß. Du kriegst aber nur Versicherung, wenn du leicht fotografierst. Geht klar. Du müsstest aber ein wöchentliches Update über deine Fußbefinden machen. Macht Arzt. Ja, das ist gut. Du musst mit Handschuh abklären. Kann ich auch mit den Füßen klatschen, wenn ich ein Tor geschossen habe? Äh, ja, du darfst doch mit den Füßen werfen. Wir spielen eine besondere Liga. Ah, okay. Mach, bin dabei. Wie, man darf auch mit den Füßen werfen? Ja, ja. Darf man auch drippeln? Ja. Man darf auch täckeln. Kann ich den Fuß vorher mit Vaseline einschmieren? Die Wundersäuber. Oder ist das verboten? Ist das schon Doping? Ich glaube nicht. Ich glaube, Vaseline war noch erlaubt. Ah, ich glaube, der Kriegler. Was ist mit Sekundenkleber? Dass mir keiner den Ball abnehmen kann? Aber wie würzt denn du dann? Der wird dann mit dem Ball reingeschmissen. Ja, auch, auch. Ja, wie gesagt, aber ihr müsst wissen, wir haben einen Derby-Gegner hier in der Stadt. Egal. Das ist Schnee-Weiß-Bietlehem. Ja, das hitzt die Stimmung. Wenn Derby-Woche ist, dann knallt es immer. Das knallt öfter hier. 200k, das knallt. Sind wir schon gewohnt, wir sind harte Boys von Törfstraße. Törfstraße, ja. Wir sind umherziehende Nomaden. Wir wissen nicht, wo wir wohnen. Das sieht man an den Tüchern. Aber ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ihr habt die Besten angesprochen. Good Job, Boys. Ja, wie gesagt, wir haben nach dem Gespräch mit Heiko Westmann, wusste ich, dass es nicht mehr besser werden kann. Den konnt ich noch nie leiden. Der HW4. Wer ist das? Wie konnte ich Muskel zu fahren? Dem, ne Legende. Kennst du nicht der HW4? Ne, dann habt ihr mich noch nicht gesehen. Ich hab die Streifen nicht umsonst auf der Wange. Kommt der denn jetzt von der Football-Normal? Ich sag ja, ich bin Football-Spieler. Die meisten Tackles in der ganzen Liga. Ah, jetzt. 13 Kubi-Sacks in einem Spiel. Darf man noch mit so Stelzen spielen, dass man nur größer wird? Und Puffel los? Mit den Stelzen darfst du noch um dich schlagen. Dann kann Schwadi mitspielen. Der braucht aber 13 Meter Stelzen. Das ist doch nicht schlimm. Die sagt ja keiner, wie hoch die sind. Ich finde, das hält sich gut an. Wir sind da. Ich bin dabei. Ja. Komm mal kurz an den Tresen rein, bitte. Okay. Was denn? Äh, könntest du? Ich würde gerne jemand alleine mit dir sprechen. Wer? Äh, ein Bekannter. Wie heißt der? Jules. Und wer soll es sein? Ja, ich weiß es nicht so. Der wollte halt Jones bei euch kaufen. Und irgendwie hat der keine bekommen. Der wollte mit dir sprechen. Der sitzt drüben bei mir im Block, so. Wartet da auf dich. Nö, ich will nicht mit dem reden. Ich habe nichts mit dem Junkiepack zu tun. Okay. Ja, easy. Dann sag ich dem das. Der soll da irgendwo hingehen. Er pünkt schon was. Der right, he? Okay. Der hat gesagt, er möchte mit dir sprechen. Dann gib ihm meine Nummer. Right, kann ich auch machen. Dann richte ich ihm das aus. Er hat Sitzhaltung. Keiner Laden, doch. Okay. Easy. Dann weißt du Schein. Danke. Grüße. Grüße. Und Tanschen ist Teamherz. Ich bin aber in der Quote erfüllt, Jan. Gut. Wichtige Frage. Hab ich auch Lothar Matthäus. Äh, der Lothar. Ja, da sind wir gerade momentan in Gehaltsverhandlungen. Er möchte zu viel. Wir haben Boris Becker, aber nur in der Umkleidekabine. Jetzt in der Besenkammer. In der Besenkammer, ja. Stimmt, da war ja was. Aber weißt du das? Ich bin mir den einzigen. Ich hab das nicht. 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 Geil. Ja, gut. Und sonst. Oh, das gut. Na, siegut. Na, jut, jut. Klemmer, schlaf mal was vor. Wo könnten wir noch tatkräftigen Mitgliedern suchen? Na, Chatpen schon. Mal gucken, im Pennerpark. Im Pennerpark? Ja, da sind immer Leute, die Geld brauchen. Okay. oder mpd fragen die wohnung gilt ja ich wollte nur sagen ich habe ich brauchte ein paar bisschen wieder so ich bin jetzt schon wieder steif wie so ein 20 wie ein ochsenknecht was hast du denn die nintendo ist beim pfandleier nur damit du das naja nicht suchst ne wer ist beim pfandleier den nintendo dinge nachdem nintendo war mein nintendo ja natürlich war doch bei dir warum klaust du mein nintendo bringt den zum pfandleier weil ich Bier gebraucht habe kennst du doch weil du Bier braucht es ja und dein fernseher ist auch weg ich schlag den schädler ein ich bruche mein super nintendo der spülmaschine und der mixer den hattest krieg's aber wieder du musst nur pfand für hinlegen nein bring mein zeug wieder sonst schlag ich den kopf ein ich kann ja war ok holt mein zeugbilder was war jetzt alles noch mal weg super nintendo fernsehenspülmaschine ähm der mixer die spülmaschine kann ich gar nicht gewesen sein wie soll ich auf dem moped transportieren du hast die spülmaschinen weg verkauft auf dem moped oder was und mein mein playstation 5 ok meine drei tamagotchi sind dauer weg die vier goldbarren aus der vitrine allein ist mir vor meinem pinkeln ins klo gefallen ein tamagotchi dann hol das raus ich guck mal ok vertreiben sie sich denn rum da bin bei coldies ah ok aber gibt ärger bei uns ne ich zieh weg vom park ok ok muss ich verstehen was ich komm gleich mal vorbei ok bis gleich und ich schaff mein zeug wieder ja ich geh erstmal bei dir auf den port ne ja aber spül ab ja und äh ne scheibe ist auch kaputt gegangen ich weiß aber nicht warum was für ne scheibe hier die zur straße hin das ist mir gar nicht zielt aus alles klar tschüss 1 0 7 2 2 0 7 warum nicht 7 1 9 weil bar schon ausverkauft ja gut dann bringst du einfach deinen unfähigen Cousin mit wir freuen uns immer für die Quote haben wir eigentlich schon gerincht für die Weihnachtsferde kriegen wir ihn ja das mach Mila na gut Mila ja 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 was denn was denn ich mach Weihnachten was denn guck mal der hat kein Telefon und der steht jetzt da drüben an der Ecke der will einfach nur mit dir quetschen nö wie der hat kein Telefon der hat kein Telefon ich komm ja auch voll dumm vor dass ich euer Sprachrohr bin damit ihr miteinander redet das weiß ich gar nicht wie dumm das heißt so ne aber der wird gerne mit dir quetschen der steht ja vorne an dem Eck so aber ich hab Angst wovor vielleicht ist das nur ein Mörder als ob so ich kann dir versprechen dass der kein Mörder ist so ne ich vertraue dem Braten nicht krass dem Braten nicht nö willst du dem vertrauen wenn der sich woanders da drüben stellt zum Beispiel vor mein Auto oder auf die andere Straße aber was will der denn weiß ich nicht keine Ahnung der hat mich halt gebeten dir zu sagen dass er mit dir sprechen will und ich mach halt und woher kommt der aus dem Gang ne da ist dann keiner im Gang und was genau will der weiß ich nicht keine Ahnung dann soll der dir jetzt sagen ich geh den Schubbe der ist gruselig guck mal alles voll den Nebel dann kann ich ihm was sagen hat er gesagt ne der muss schon kommen wenn er mit mir reden will dann wichtig zu sein also er hat gesagt ich soll dir irgendwas sagen dass du rüber kommst ich soll dich halt überreden so keine Ahnung soll dich irgendwelche Leute umbringen oder so oder was ja bestimmt weinst du wie heißt der Jules 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 der soll hier vorne gucken damit ich wegrennen kann ja der hat so ein bisschen ernst für Menschen also irgendwo vielleicht was hältst du von da drüben unter unter Mosleys da können dich deine Leute sehen da ist nix und da ist bisschen weiter weg da vorne in der Garagentor an dem Garagentor ja ok ich sag's ihm geht einfach wenn er steht kannst du her rüber gehen das hat halt das etwas ein bisschen ok ja ich versteh schon nur Null und so also tatsächlich muss man dann ganz gern differenzieren zwischen den Chips hüten die Kutter aus die selber die Kutter aus bin besoffen Mahlzeit gesundheit komm meine chileanische Currywass bin doch jetzt schon wieder da das freut uns alle Grinch hey ich sehe die gute aus oh nein ist da die Hosen so so fech ne ich dachte die heißen Schneeweiß Bethlehem was Schneeweiß in der Gegend das ist gut hey das bin ich ich glaub das ist der Manager davon das ist der Don ja Don Don Digimon bin ich Geil kannst du das Intro wenn du anfängst zu singen leeeb deinen Traum leeeb deinen Traum ich wohne damit du dich besser hilf warum denn das ist das ja das ist standardmäßig wahrscheinlich dran gebaut oder ja ja Dachpappe ist das weder weder die gute aus du wichser wer hat dir gesagt ich hab das gesagt du hast dein Problem ach du du mit deinem Slipender oder was denn da trägst trotzdem kann ich dich kaputt holen guck mal noch rein guck mal was haben kannst du nicht mal gerade stehen ja doch willst du das lernen oder was Tyrese ich guck nur Leute an die nicht so hässlich sind wie du komm wir gehen nur um die Ecke wir haben eine Ecke ne wir haben eine Ecke was machen die ist auch so von Miami Vice hallo Hase ich glaub die machen jetzt was ah Puppies wieder da wo ist mein Taschengeld du Weixser du hast zwei Tage Zeit antworte ich zieh dich zur Verantwortung ach Demba das Angebot steht immer noch ne was denn wir treiben gerne Geld ein nebenberuflich ich bin grad Profi Basketballspieler geworden was Tyrese das ist mir egal wer da ist die geht ja eh nicht rüber der hat kein Handy was für ne bescheuerte Aussage warum glauben die sich keine Ahnung wer ist denn das überhaupt gewö und äh Tyrese glaub ich schon Tyrese was denn sind wir mit dem Auto hier hä sind wir mit dem Auto hier du bist doch mit dem ja komm warte 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 ich war noch auf mein Schoko Chick ok lass mal gucken wo wir wohnen können ja ok ich bin ja ja ich warte noch auf mein Schoko Chick ja 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 Wie viel kriegst du? 80 Dollar. Ne, ich hab noch nicht bestellt. Okay, dann einmal auf Karte bitte 100 Dollar mach. Sehr gerne doch. Danke fürs Schnellgeld. So, bitteschön. Und dann du durch. Bist heute reicher mir geworden. Hm, mega reich. 80 Dollar für den Schokcheck. Und für den Cowquartmice. Und für den Cowquartmice. Und vorhin hab ich 400 Dollar für den Essen gezahlt. Hallo, habt ihr auch Erdbeerkäse? Hm, ich mag Erdbeerkäse. Willst du im Ghetto bleiben? Wir haben ein bisschen Geld. Wir können uns was leisten. Okay, dann lass uns doch gucken, was wir zu brauchen haben. Aber denk dran, wenn wir da abhauen, müssen wir wirklich für uns alleine sorgen, ne? Das heißt, wir müssen Raubüberfälle machen. Oder wir gehen normal arbeiten, aber ich bin vorbestraft. Wir beide. Aber wir haben das doch schon gut hinbekommen mit dem Geldmachen. Mit dem Raubüberfall, ne? Ja, oder? Das war voll gut eigentlich. Und ich hab noch ganz viele Ausreden. Wie viel Geld hast du noch? Äh, weiß nicht. Sind die Bollen weg, oder wat? Taris? Ja. Wo bist du? Ich bin auf dem Dach. Warum bist du auf dem Dach? Ich wohne mal da. Willst du mitkommen? Ja, warte. Komm, oder? Und fahrt ihr? Wir gucken nach einer Wohnung, wo wir hinziehen können. Die können doch zu mir in die Bude über Nacht kommen. Wo wohnt? Da wohnst du im Park. Omen in Fine Woods. Seit dann wohnst du in Fine Woods. Schon lange. Hä? Wir haben sogar Papiere dafür. Ja. So, ich soll dir jetzt noch eine letzte Nachricht übermitteln, weil du wohl weggerannt bist. Äh, der Herr ist ein Geschäftsmann, der Geschäfte mit dir machen möchte, die du mit noch nie jemand anders wohl vorher gemacht hast. Und das ist wohl deine einzige Chance jetzt, ihn zu treffen, in der ihr es halt am Tattoo laden könntest. Das soll ich dir noch ein letztes Mal ausrechnen und dich gar nicht mehr mit Nachrichten fliegen und belästigen. Okay. Ich ist halt Tattoo laden. Ich ist halt Tattoo laden. Alleine. Aber ich gehe nie jetzt alleine. Ich nehme mir mit. Du kannst auch, was, was? Warte, sag nochmal. Ich nehme mir für eine Familie mit. Du kannst eine Frau mitbringen. Ja. Okay. Der sagt, du bist mit einer Frau weggefahren, die kannst du mitbringen. Okay. Wie sehen Sie? Dann werden Sie mit Scheide. Ciao. Ich komme nicht gleich abholen, okay? Bis gleich. Bis gleich. Der ist fies. Als wen treffen wir uns? Irgendjemand will mit mir quatschen. Der hat kein Handy und der will mit mir Geschäfte machen, wo keiner vorher mit mir Geschäfte gemacht hat. Okay. Das kann sein, dass das eine Falle ist, ne? Wenn ich sterben sollte, löscht meine Browser-History. Für wen soll ich die denn löschen? Du darfst nicht da dran gucken. Warte, aber wie soll ich die dann löschen? Einfach mit halben Augen zu kneifen. Du wirst nicht sterben. Ich werde doch nicht sterben. Ich werde jetzt ficken alle. Ich habe fast so ein Face-Beschäfer alles gemacht. Sie haben keine Ahnung, was ich für eine Kraft habe. Gieß es halt, Tatteschof. Barte, kurz hier. Ich habe fast so ein Face-Beschäfer. Ja? Aber hier ist niemand. Dann musst du da vielleicht kurz warten. Wenn du jemanden dreimal versetzt, dann musst du... Ich glaube, das ist der. Okay. Graue Jacke. Weißer Typ. Okay. Easy. Viel Spaß. Tschüss. Hallo. Herr Kusch, Sie sind paranoider als... Naja, ich habe viele Feine, ne? Und da muss ich ein bisschen aufbasteln. Bist du nicht der Kopf von heute vom Park? Sind Sie ein Pulscheimer, ne? Nein, wir haben den nur geärgert. Ach stimmt, Sie waren da, ja. Ja. Ganz sicher. Ich gucke mal da. Machen Sie da. Ich muss da sie. Ich muss gucken, ob Sie ein Pulscheimer sind. Moment bitte. Ich kann jetzt gerade nicht mehr. Wo seid ihr hingefahren? Ja, ich rufe dich gleich an. Okay. Können wir hier wegfahren, weil das ist schon ein Ghettogebiet so? Wir können auch ein Cavalcat einsteigen und ein Ründchen fahren. Ja, wir können einfach spazieren gehen ein bisschen. Spazieren? Ja. Okay. Wohin? Einfach da oben in die Pampa. Das ist übrigens Mila. Hallo, ich bin Mila. Hallo Mila. Hi Polizist. Hallo. Mila, bist du sicher, dass das ein Polizeimann ist? Aber selbst wenn, ich höre mir gerne an, was sie haben. Nur weil ich Taser habe, bedeutet das nicht, dass ich Polizeimann bin. Wir haben den geärgert. Warum ärgert die Menschen? Ich weiß nicht, was der ist. Es wirkte alles ein bisschen paranoid. Da kam mir ein bisschen Spanisch vor, muss ich ehrlich gestehen. Aber gut. Jeder hat ja so... Ich weiß auch nicht, wie das im Junkie-Pack tatsächlich organisiert ist bei ihnen. Ja. Geht mich auch im Ergebnis nicht. Ich habe eben nur gehört, seit sie hier sind, dass sie ein bisschen für Aufruhr gesorgt haben. Das ist richtig. Wenn ich das jetzt zugeben würde. Dann würde ich mich ja... Ja. Wir führen hier, Herr Kutsch, wir führen hier ein offenes Gespräch. Ja, aber ich kenne sie nicht. Gesundheit. Ich kenne sie nicht. Nee, sie kennen mich auch nicht. Aber viel mehr Persönliches wollen wir auch gar nicht haben. Aber vertrauen sie mir so viel. Wenn Cody mir vertraut, dann können sie mir auch vertrauen. Das stimmt allerdings. Daran habe ich gerade auch gedacht. Ja? Okay, die eine oder andere Operation wurde durchgeführt. Wurde durchgeführt. Genau. Und wenn so die ein oder andere Organisation das gut geht und man auch erfährt, dass es funktioniert und so weiter, kann es sein, dass irgendwann ich mich melde bei den Leuten. Weil ich denke, okay, für mich steht eins im Vordergrund, ja? Und zwar die absolute Distanz zu den Ortungsbehörden. Okay. Bei der Polizei. Ja? Das klingt schon mal gut. Deswegen gucke ich lange, beobachte lange und versuche so Informationen zu sammeln, um herauszufinden, kann man mit dem Geschäfte machen oder kann man nicht mit dem Geschäfte. Ja? Also mit uns kann man auf jeden Fall oder beziehungsweise mit mir kann man auf jeden Fall Geschäfte machen. Wie liquide sind sie denn? Sehr. Sehr liquide. Aber von welchen Summen reden wir? Ein, zwei Millionen. Ach, Peanuts. Peanuts, na, sehen sie das doch gut. So, ich glaube, jetzt sieht man es immer noch. Wir können ja mal irgendwo da links hingehen. Ähm. Also im Normalfall mache ich das folgendermaßen. Sie kennen mich nicht. Ich sage Ihnen gleich, was ich Ihnen anbieten kann. Okay. Dann gibt es einen, sagen wir mal, einen Vertrauensvorschuss, den Sie von mir bekommen. Und im Gegenzug brauche ich auch immer irgendeinen Vertrauensvorschuss. Ja? Okay. Aber spricht da nicht die Straßenkredibilität für uns und unsere... Ja, das machen wir ein. Aber ich meine, wenn Sie schon viel mit Angaben auch machen, dann müssten Sie doch eigentlich schon mitbekommen haben, dass das, ähm, mein Telefon, ne? Oder wir drei haben hier nur noch keine Geschäfte gemacht, ne? Ich muss das kurz gepolt machen. Ja, ja. Ich bin da ein bisschen zu paranoid weggeschmissen. So, natürlich die, wir haben Sie es genannt, die Street Credibility. Ja, was man auf der Straße also hört. Spricht für Sie. Das ist gut. Aber wir haben noch kein Geschäft gemacht. Ich habe von Ihnen nichts gekauft. Sie haben mir noch kein Geld gegeben. Und um da, ne, ist halt für mich, sagen wir mal so, ein letzter Beweis dafür, dass ernsthafte Geschäfte gewollt sind. Ja? Mhm. Ähm, um das Ganze zu machen, werde ich Ihnen gleich erst mal mitteilen, was Sie von mir erwerben könnten. Und im Gegenzug sag ich Ihnen dann, was ich von Ihnen erwarte, so als ersten Schritt. Und wenn der Schritt dann gegangen ist, dann können wir die ersten Geschäfte machen. Okay. Also, Sie haben ja schon gesehen, Cody, den kenne ich ja ganz gut. Und Cody hat einen Wunsch. Und den würde ich ihm gerne erfüllen. Ähm, Cody hätte gerne Schlüssel fürs Krankenhaus. Okay. So. Kriegen Sie das Sinn? Das sind Paleto? Beide. Bekomme ich hin. Wenn das klappt, dann kann ich Ihnen SMGs anbieten. Oha. Habe ich hier Interesse, ja? Oh ja, sehr. SMGs, reden wir vom Polizeiequipment? Nein, 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 nein. Wir reden natürlich auch vom Polizeiequipment, wenn Sie das besondersste Adresse daran haben. Jetzt fick ich euch alle. Jetzt fick ich die. Wartet ab. Wartet ab. Waren zu verkaufen, die über irgendwelche staatlichen Einrichtungen eingeführt worden sind, die registriert sind. Von mir bekommen Sie unregistrierte Waffen. Ähm, mit ausgeschliffenen Serialnummern, selbstgefertigten, im Ausland gefertigten Munitionen. Das heißt, das kann nicht zurückverfolgt werden. Wie sieht es mit Munition aus? Halten Sie über mich. Auch über Sie. Von welchen Preisen reden wir da? Also das zum Angebot und auch dem Gefallen für Cody, mit den Schlüsseln wird kein Problem sein. Allerdings liegt das nicht in meiner Hand. Weil, ne, natürlich muss ich mich da auf andere Leute verlassen. Aber ich hab sehr gute Kontakte dahin. Und ich weiß auch, dass da Schlüssel existieren, die so nicht mehr registriert sind, dass irgendjemand die auf dem Schirm hat. Also das wären richtige Ghost-Schlüssel. Wo keiner mehr weiß, dass die überhaupt existieren. Die kamen auch schon mal zum Einsatz. Also ich weiß, ich weiß, ich weiß zumindest, dass ich mal über ein Sortiment und Schlüssel verfügt habe, über, äh, für Türen aus dem State Prison und so weiter. Ähm, die funktionieren dann nicht mehr. Da scheint so ein Schlüsselmacher durchgegangen zu sein. Die hab ich alle weggeworfen. Boah, jetzt warte da weiter. Ähm, da hab ich für Abhilfe geschaffen bereits. Ähm, parallel, wie gesagt, fürs Krankenhaus hab ich Schlüssel. Aber, äh, ich, ja, Cody und ich kenn uns lange, wenn Cody für jemanden die Hand ins Feuer legt. Obwohl er bei ihnen gesagt hat, dass sie auch manchmal ein bisschen verrückt sind. Aber das macht das Ganze für mich immer so ein bisschen spannend, ne? Naja, für gewisse Aktionen muss man halt ein bisschen durchgeknallt sein, ne? Sonst kann man das ja moralisch gar nicht vertreten. Aber ich kann, man muss halt moralisch flexibel sein. Da muss man sehr flexibel sein. Außer wenn es um Tiere geht. Was mit Tieren? Ja, außer wenn es um Tiere geht. Das Verletzen von Tieren oder irgendwas mit Tieren. Da bin ich kein Freund von. Sollte man. Also gut, Rehe darf man, also, ich esse gern Rehburger. Sag ich, bin ich ehrlich. Ja, aber das sind ja Tiere. Ich rede eher von, ne? Von Tieren, die uns sehr nahe stehen, uns Menschen. Hunden, Katzen, sowas, ja. Ja. Habe ich mir noch, ehrlich gesagt, noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich meine, wenn es ein Polizeihund ist, der mich angreift. Ja, das ist wieder bumm, was anderes. Ja, was habe ich denn für Sie? Kennen Sie sich ein bisschen mit Waffen aus? Ein bisschen, ja. Da sagt Ihnen die Skorpion was. Na klar, 9mm. 30 Schussmagazin. Richtig? Mit verlängertem Arm. Ja, das, das, mit verlängertem Arm. Na, das kann man ausklappen halt. An den meisten, wenn die Modifikation installiert ist. Genau. Ich habe die unmodifizierten. Okay. Ich habe die etwas kleinere Magazingröße. Geliefert werden die standardmäßig für 400.000 Dollar mit umgerechnet 100 Schuss. Ja, ein Magazinpack mit 30 Schuss kostet 25.000. Wir können kaufen entweder die Skorpions oder die für mich viel besseren israelischen Mikro-Uzis, die man auch in einer Hand führen kann. Die kann man auch leichter verstecken, unter Hoodies und so weiter. Oder mal in so einem Brust, wie heißt das, im Hoodie unten, diese Tasche. Holster. Holster? Oder, Sie meinen einfach die Bauchtasche. Ja, die Bauchtasche. Achso. Ich glaube, das wird am ehesten zu Ihnen passen. Im Angebot habe ich noch Revolver. Revolver? Die Magnums. Ach, du. Damit kann man einen Helicopter vom Himmel schießen. Das ist so korrekt, ja. Der Vorteil der Revolver ist, dass die mit schwerer Munition nachgeladen werden, die Sie einfach oben irgendwo bei Sandy Shows auf Palette kaufen können. Da sind Sie also nicht darauf angewiesen, wenn Sie die Waffen leer geschossen haben, dass ich wieder auf Durchreise bin, weil ich ehrlich bin, ein Standort von mir, wo ich Waffen verkaufe, andere Staaten genauso und da bin ich halt unterwegs. Muss halt Sorge dafür tragen, der Zeug geschmiert wird, etc. Waffen und die Munition auch wieder rein. Parallel dazu, wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, können Sie mich gerne ansprechen. Oder wenn irgendwie speziell das ist. Wünsche nicht, aber ich hätte Fragen. Ja, immer. Wie sieht es denn aus mit dem Wiederverkauf? Mir völlig egal. Der Waffen. Das ist egal? Das ist mir völlig egal. Wollen Sie ruhig durch Verkauf der Waffen irgendwohin falsche Spuren, im Zweifel je mehr falsche Spuren hier sind, desto langsamer kommen die FIB und so weiter auf mich. Okay. Ja, das wird ja sowieso professionell verschleitern. Wenn es soweit kommt. Aber einfach nur, um da abzusichern. Nicht, dass man wieder verkauft und dann bekommt man Probleme mit dem, mit Ihnen. Nee, nee. Ich bin da völlig... Das juckt mich nicht. Ich will hier meinen Profit machen. Und den mache ich. Was hier ansonsten passiert mit den Waffen und so weiter. Ich bin nur sehr vorsichtig. Und halte mich auch gerne an Regeln. Es gibt wenige Regeln. Es ist ein vertrauensvolles Verhältnis. Einer bekommt meine Nummer. Das werden Sie sein oder Ihre Frau, wie auch immer. Die Nummer wird nicht weitergegeben. Wenn ich mitbekomme, dass die Nummer weitergegeben wird, dann beende ich den Kontaktkommel, eine neue Nummer. Das war es dann mit der Geschäftsbeziehung. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Natürlich. Weite Regeln gibt es nicht. Ich hätte aber noch eine Bedingung. Und jetzt fick ich die alle. Auch wenn Sie am längeren Hebel sitzen. Aber ich glaube, Sie haben mir das gerade schon durch die Blume gesagt. Wir sind zwar, ich sage mal, eine kriminelle, kleine Gesellschaft. Aber es werden ausschließlich nur Multimiergeschäfte gemacht. Und nur der Kontakt, nur bei mich. Was Junkie Park betrifft. Kein anderer von denen. Das ist für mich kein Problem. Ich bin insoweit noch nicht. Ich weiß, es gibt einen inneren Zirkel und einen äußeren Zirkel. Und die Ticker, die rumlaufen. Wer da bei ihm in einem inneren Zirkel in der Großfamilie da das Sagen hat, juckt mich nicht tatsächlich. Ich sage mal so, hätte mir mich vorhin, als ich im Park war, ein anderer angesprochen. Oder wäre er ein bisschen zuvorkommender gewesen. Dann hätte das Gespräch hier vielleicht gar nicht stattgefunden. Aber, ja, Pech gehabt. Okay, können wir uns darauf einigen, dass es nur über mich geht? Absolut immer, für immer und ewig, solange sich an alles gehalten wird. Und auch das Vertrauen da ist. Es geht nur über mich. Ab zu jeder Organisation, Gang, Mafia, immer nur einen Kontakt. Das ist meine Geschäftsphilosophie, die lebe ich. Und deswegen ist das für mich keine Bedingung. Das ist für mich schon Voraussetzung. Okay, ich meine, ich vertraue, der Park besteht, wenn ich offen bin, zu 90 Prozent meiner Familie. Ja. Aber ich vertraue denen nicht so sehr hingegen, dass die Leute Geschäfte machen können. Mit diesem Kaliber. Die sind eher so mit dem Kopf durch die Wand. Gut. Also, wie machen wir es? Sie besorgen die Schlüssel? Ich kümmere mich um die Schlüssel. Ja, ähm, wollen Sie als vorab, das hatte ich Ihnen angekündigt, schon mal an SMG sehen oder mitnehmen? Probeschießen? Also, wenn ich könnte, würde ich die sofort mitnehmen. Was machen wir das doch? Mit Direktbezahlung? Natürlich. Ja, okay, dann, ja, das, wir haben halt, wir benutzen Zivilisten als Mule, die gewisse Gelder und gewisse Sachen, ne, unentdeckt und nicht auffüllbar verstecken. Bitte? Da komme ich jetzt gerade nicht dran. Aber Sie können ja gerne mal eine zeigen. Was können wir gerne machen? Nur Probeschießen in dem Gebiet. Hier sind ungefähr zwei, drei Gangster in der Nähe. Ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich sage mal so, solange Sie mit mir im Kreis stehen, passiert Ihnen auch hier nichts. Es will Ihre Macht nicht anzweifeln, aber die Dummheit der Menschen. Ach, das ist weniger Macht. Vor allem Los Santos. Niemand will einen Geschäftsmann wie mich verlieren. Ganz einfach. Ja, haben schon zwei probiert. Ja, dumm. Ist einfach blöd. So, gut. Ich kann die gerade nicht bezahlen. Wo wollen wir denn hin? Antenahafen unten? Bei der Metro in der Nähe? Ja. Okay. Jetzt haben wir da hin. Dann bringe ich mal ein, zwei Dinge mit zum Ausprobieren für Sie. Das mit der Nummer können wir ja jetzt schon klären. Mila, würdest du die Nummer denn entgegennehmen? Ach so, die Nummer gibt es nach unserem ersten richtigen Deal. Ach so, okay, alles klar. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ja, dann... Aber wie hält man dann die Kommunikation? Heute? Sie kommen doch mal auf mich zu. Jetzt, heute meinen Sie? Allgemein dann, die Tage, wenn das Geld besorgt ist. Ich finde Sie. Jody wird mir Bescheid geben, sobald der Schlüssel geliefert worden ist. Dann werde ich mich bei Ihnen melden. Alles klar. Dann treffen wir uns bei der Metro. Machen wir gleich. Okay. Wieder da runter gehen, ne? Tja. Wollen Sie denn alle drei wahrscheinlich alle einmal Probe sehen, ne? Ach, eine reicht. Für unterschiedliche Modelle, ne? Ja, aber nur das Kaliber und Schussrat erinnert sich ja, da sind ja trotzdem vollautomatische Waffen. Ja. Ja, den Revolver meinte ich auch eher. Ja, der Revolver... Okay, dann gucken wir jetzt nur den Revolver an. Der ist schon ziemlich interessant. Ich bring... Ich bring Ihnen mal eine Kostprobe mit. Ist ja auch nicht gerade unrestkant, da mal rumzufahren. Ne, in der Tat. Bisher ist es gut gegangen. Ich bin noch nie angehalten worden. Dann hoffen wir, dass das so bleibt. Ja. Ich meine, wenn ich in der Nähe bin, oder wenn wir in der Nähe sind, können Sie darauf vertrauen, dass wir Ihnen da helfen. Aber... Das ist nett. Es ist aber unnötige Kopfschmerzen. Sehr viel unnötig. Und kann auch sehr nach hinten losgehen. Ja. Das kommt so gerufen, ne? Aber du musst telefonieren, Mila. Ähm... Ich musste gleich, wenn das hier vorbei ist, eben mein Handy geben. Warum? Weil du einen Anruf kriegenst. Ja, aber ich brauche jetzt gerade mit keinem telefonieren. Bist du... sicher? Warum? Ist irgendein Notfall, ist irgendwas Schlimmes passiert? Kein Notfall... Liegt jemand im Krankenhaus? Nein, auch nicht. Aber... Na, dann ist uninteressant. Oder wie siehst du das? Aber... Lass uns gleich reden. Wie weit sind wir denn gelatscht hier? Und vor allem noch in der E-Seite, in der Gegend hier. Stimmt. Aber hier ist auch so viel im Umschwung, ne? Im Beferlen? Ja, jetzt war drei Wochen auf Geschäftsreise, komm zurück, fahr durch die Straßen, überall hat sich wieder alles verschoben. Ja, es versteht sich echt viel und es kommen doch immer wieder Neues und... Ich hatte mal ein Diagramm. Kann ich eigentlich jede Woche wegwerfen. Neu malen. Na ja, wenn sie uns ein bisschen entgegenkommen, mache ich ihnen das Diagramm jede Woche neu. Schauen wir dann. Informationen sind auch einer unserer Zweige. Ja, Informationen sind auch richtig und richtig, ja. Gut, dann sehen wir uns gleich. Dann bist gleich im Fernseher vorsichtig. Ja, ja, das mache ich, danke. Hau rein, Alter. Wer hat angerufen? Du weißt schon, was gerade passiert ist, ne? Ähm. Okay, so, also, wenn, wie, also, wie ich das, wie ich das verstanden habe, denkst du ja schon, dass die Möglichkeit da ist, noch mal... Mila, Mila, red nicht bitte in Rätseln. Quatsch einfach bitte. Okay, ich wurde angerufen, der Onkel will sich bei dir entschuldigen. Ja, der Onkel, der kann meinen ganz kleinen, pilzartigen Schwanz lutschen. Vor allem jetzt. Weißt du, was gerade passiert ist? Äh, äh. Das ist ein Waffendealer, ne? Und ich habe gerade mit dem gehandcheckt, dass der nur Geschäfte mit mir macht, was den Junkie-Park angeht. Ja, aber... Und weil die uns behandeln, wie scheiße und wie missgeboten sind, oder ich eine Missgebote bin, der nie wieder zum Park zurückkehren soll, können die sich jetzt ficken gehen. Die kriegen gar nichts. Ich werde die alle Hubs nehmen. Ich schlafe noch mal eine Nacht drüber oder zwei. Und wenn ich mich dazu entscheide, fick ich die. Okay. Ich lasse mir doch nicht auf der Nase rumtanzen von denen. Die wollten mich so. Die wollten, dass ich kriminell werde. Die wollten, dass ich Leute überfallen, Leuten wehtun auf Polizeischießer. Die haben doch das Monster erschaffen. Ich bin doch nicht dumm. Die werden jetzt zeigen, die werden jetzt sehen, was ich gelernt habe. Ob du dabei bist, ist deine Entscheidung. Du weißt, ich stehe hinter dir. Dann ist gut. Dann sind nur noch wir beide da. Scheiße auf den Park und scheiße auf Kiez, scheiße auf alle. Ja, scheiß Kiez. Wir sind Familie, wir müssen zusammenhalten. Und dann wirft er mir sowas am Kopf, weil die ein wehrloses Tier verletzen. Dreckigen Schwanzlutscher. Ja. Die haben den Teufel erschaffen. Entschuldigen kann er sich im Arsch schieben. Wir brauchen ihn nicht, wir schaffen es alleine. Mit ihrer scheiß Machtposition und was sie denken, weil die sind. Weiterverkauf ist möglich, das ist gut. Wir kratzen Kohle zusammen. 400.000. Dann kaufen wir und verkaufen und bieten einfach jeden Waffen an. Und resellen den Shit auf der Straße, dass sie sich alle gegenseitig umbringen. Die brauchen nicht denken, dass sie dumm sind. Ich hoffe, der hat verstanden, dass ich Miltro gesagt habe. Aber ich habe dreimal Miltro gesagt. Aber ich glaube, der muss erst zu seinem Lager fallen. Denke ich auch. Okay, dann rufe ich zurück und sage, nein. Nein, du rufst nicht zurück. Bist du ein Hund? Ähm, nein. Lass die zappeln, haben die Pech gehabt. Okay. Und der Tyrese hat auch angerufen. Der ist im Park in der Toilette. Ja, mit Tyrese kannst du aber nichts anfangen. Die ist schon wieder besoffen. Der hat doch unsere Superinterne zum Pfandleiher gebracht. Nein. Doch. Und im Fernsehen. Nein. Aber ich habe gesagt, der soll, dass du jetzt zurückkommst. Gut. Und was mit Semba und Giffy und so? Weiß nicht. Irgendwie sind die komisch. Oh, apropos Giffy, rufe gerade an. Kannst du bitte dein Handy ins Auto tun? Ach. Und nicht darauf reagieren. Ja, okay. Kannst du das Auto einmal aufmachen? Das ist übrigens nur schlecht, die Beta-Ult. So, Herr Kusch. So, Herr... Kannst du mal irgendwas im Kofferraum legen? Müsst du darauf sein. Jetzt die Knarre in den Mund einfach abhauen, Junge. So, bitteschön. Ja, das wäre richtig clever. Einfach rein damit. Ja, das ist die doch... Wie gesagt, das ist die Skorpion, ne? Die muss ich aber genau... Oh, stimmt, das ist nicht die verlängerte Version. Nein, nein. Das ist die Standardvariante, die sie einfacher handhaben können. Können gerne mal... Fahrschuss sind im Eingangsmagazin drin. Können Sie gerne testen. Ja, wir sollten uns vielleicht vorher noch mal kurz hier umgucken. Aber sieht ganz leer aus. Arbeitet auch kein Trainer. Nachts. Ich gebe mal ein paar Schuss ab. Nicht so schrecken. Ja, wie man sieht, recht handhaben... Auch sehr schön eingestellt. Ja. Ziehgenauigkeit ist sehr hoch. Feuergeschwindigkeit ein bisschen besser als bei den Waffen der Cops. Tatsächlich. Dafür eine geringe Reichweite als die MP5-Verschnitte, die hier so sonst im Umlauf sind bei den Cops. Und es ist halt eher eine Straßenwaffe, ne? Weil man sie einhändig führen kann. Ja, die kann man nur gut im Auto handhaben. Ja, richtig. Das ist halt, ne? Ja. Ja, was für die Leute mit dem Fleck. Richtig. Ja. Ich sag ganz ehrlich, die Revolver, die gehen auch eher nicht an Gangs, sondern an Cowboys aus dem Norden. Aber, wie gesagt, wenn jemand da Vorlieben hat, würde ich das völlig recht hauptsache, das Geld stimmt. It's all about the measurements. So ist es. Ja, gut. Ja. 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 Ja, der Revolver ist ein bisschen unhandlicher. Können Sie gleich sehen. Ah, sehr gut. Sie haben eine Tasche dabei. Ich habe die mit dem Koffer rumgetan. Bitte? Den Revolver hat ich noch reingelegt. Ach so. So viel Sachen gar nicht gesehen. Ja, das habe ich unten drunter gewühlt ein bisschen. Nee. Nee, das ist sie nicht. Unterschied sollten Sie merken, wenn Sie die Hand haben. Haben Sie gefunden? Ich hoffe. Nee. Nee. Bin ich blind? Ich bin Waffen... Was? Ah. Gefunden. Ah. Ja. Die Lackierung. Ja, ja. Das ist eigentlich speziell. Ja, da ist er doch. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Damit können Sie die Helikopter runterholen. Ähm. Ist auch ein bisschen... Ich glaube, wenn Sie so abdrücken... Ja, dann ist die Hand gebrochen. Das Handgelenk. Das hören Sie auch. Fällt mir die Ohren zu. Mille, halt Ohren zu. Ja. 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 Die Reaktion, die kenne ich. Das Schiff singt, glaube ich. Ja, das kann sein, ja. Aber es liegt ja sowieso im Trocken Dock. Alles gut. Das ist das und dann eben das Muppstück, was ich hier in der Hand halte. Mikro SMG. Exakt. Ja. Hat eine Magazingröße von 16 Schuss. Ah, mit dem kleinen Magazin. Genau. Alles angewert zu Ghetto. Ja, weiß ich nicht. Ich nehme alles, was ich kriege, aber die ist halt schwierig hier tatsächlich. Und so weiter. Und man darf halt nicht so auffällig das Ganze machen. Auf gar keinen Fall. Ich habe vorhin einmal mitbekommen, 400.000 für. Ich glaube, die Scorpion, ne? Die Micro SMG und die Scorpion liegen bei 400.000, das ist richtig. Und der Revolver? Der Revolver liegt mittlerweile bei 250.000. Ja, hör mal. Ich meine, Serien nur mal weg und sind halt... Kann damit nichts falsch machen. Sind halt keine heißen Waffen, ne? Also ich habe selbst noch nicht live getestet, aber Kunden haben mir mitgeteilt, dass man damit auch hervorragend von irgendwelchen höheren Positionen quasi wie mit dem Scharfschützengewehr erarbeiten kann. Ja, wegen des Kalibers, ne? Ist ja fast das Gleichkaliber. Aber nur fast. Fast, ja. Wie gesagt, das ist das, was ich Ihnen anbieten kann. Mit den dazugehörigen Munitionen, die ich liefern kann. Munition unbegrenzt oder nur einen gewissen Stock? Äh, Stock. Das, was da ist. Man kann sich ja vorstellen, Kunden wollen immer Munition haben. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen fair, das Ganze aufzuteilen. Aber der Erste, der, der erste, der kommt, der malt eben zuerst, ne? Okay. Ich tue die mal ganz wilde in den Koffer rum, weil ich habe eine absolute Schwanzverlängerung gerade in der Tasche. Okay. Und da muss ich mich erst mal gewöhnen. Ihre Frau ist doch hier. Ja, die weiß das in den Kleinen ab. Oh. Ich dachte auch noch. Oh Gott, das finde ich. Das muss ich erst mal händeln können. Ja, das sind die guten Stücke. Ich glaube, ich habe ihr Interesse geweckt. Auf jeden Fall. Ich werde erst mal wieder untertauchen. Wird aber Samstag wieder erreichbar sein. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Ich bin Samstag auch erreichbar. Ja. Bis dahin versuche ich dann halt erst mal dem Codys Wunsch, seinem Wunsch nachzugehen. Das wäre perfekt, dass wir abends einmal sprechen, dass sie bis dahin vielleicht die Barmittel zur Verfügung haben und dann können wir uns über die erste Lieferung unterhalten. Jawohl, machen wir so. Alles klar. Dein Name war, ich glaube, Jules. Jules? Ja. Jules. Das finde ich einfach so, wie Sie mich nennen wollen. Das ist eh nicht mein richtiger Name. Also ich bin ein ziemlich kreativer Spitznamen angeht. Kriegen Sie sich irgendwas? Mr. X. Ja, das ist richtig kreativ, ja. Fällt dir was ein, Milder? Ne, muss ich ja gar nicht wissen. Aber wenn wir die Nummer, dann können Sie mich einspeichern, wie Sie wollen. Okay, und das mit der Nummer machen wir dann nach Codys Wunsch. Exakt. Alles klar, dann bedanke ich mich. Dann wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen und ruhigen Abend. Ebenfalls. Gut. Wiedersehen. Welter Homeboy. Das ist ein... Benennen den... Fußhupe. So, was machen wir? Okay, also... Ähm... Was ich sagen wollte... Ähm... Also du stehst drüber, ja? Und... Und... Ähm... Ich bin sauer, ne? Wie Affelsack, wenn er eine Woche stand. Ich weiß, aber ich will auch nicht, dass sich einer von denen einpackt. Keiner packt mich von denen ein. Ich meine, die werden dir bestimmt nichts tun, aber... Ich... Wer von denen Schwanzlutschen will mich einpacken? Die wollen dich mit Teddybärchen bewerfen oder so. Mhm. Auf jeden Fall... Die können meine Faust lutschen. Die wissen auch, dass du dich mit dem Typen hier getopfen hast, ne? Aha, deshalb rufen die auf einmal an und wollen sich... Aha, was für missgeboten. Nein, jetzt... Woher wissen die das? Ich weiß nicht. Der hat gesagt, der Mann mit... Dem ja... Mit dem du redest ist sehr wichtig. Mhm. Sehr wichtig für uns, aber nicht für die. Weil die haben damit nichts mehr zu tun. Aber Cody scheint eine große Nummer zu sein. Wallah, du hast dich verändert. Mhm, der hat mir nämlich den Kontakt fertig gemacht. Oh, okay. Was soll ich machen? Ich kann das nicht auf mich sitzen lassen. Wir müssen tanken. Was auf dich sitzen lassen? Ja, das. Dem Verhalten von denen. Die sollen sich ticken. Ja, klar. Ich weiß. Ich verstehe das auch. Ich bin auch wütend. Aber du klingst so, als möchtest du wieder unbedingt zurück. Wenn du das willst, mach das ruhig. Jetzt, nein. Ich bin ein einsamer Wolf. Ich komme alleine, klar. Ich hab dir gesagt, ich stehe hinter dir. Ja, aber du klingst so. Ich möchte nur, dass du dir das auch gut überlegst. Dass du dir sicher bist. Ich brauch die nicht. Die brauchen mich. Das ist eine Entscheidung und kein Zurück mehr. Und ich mag dir auch. Dann geh doch. Du musst nicht mit. Ich hab gesagt, ich stehe hinter dir. Ja, aber warum kommst du denn mit so einer Aussage? Du magst die. Ich verstehe dich nicht. Ich. Du kannst machen, was du möchtest. Ja. Wenn du so viel Angst hast. Dich nicht, weiß, keine Ahnung. Weil das Ding ist, wenn die Leute einmal anfangen, auf dich draufzutreten und du wehrst dich nicht. Und du stehst einfach nur da und lässt auf dich einprügeln. Dann merken die sich das. Und dann wirst du zum Schaf. Du musst aber ein Wolf sein. Ein Wolf. Wenn wir jetzt dahin, wenn ich jetzt dahin gehe und sage, ja okay, alles gut. Dann wissen die, dass die sowas mit mir abziehen können. Und das können die nicht. Und ich zeige denen das. Ich bin der verdammte Wolf. Die haben doch das Monster schaffen. Die wollten doch das so bin. Für die Familie. Alles nur Laberei. Komm, verpiss dich mit deinem Drahtesel. Das ist ein Klatsch. Man darf nicht im Leben nachgeben immer. Aber ich bin gut im Nachgeben. Ja, aber das ist nicht gut. Aber in deinem Fall nicht schlimm, weil du bist ein Mädchen. Du bist ein emotionales Wesen. Geh ruhig zurück. Ich schaffe das schon. Nein, ich bin hier bei dir. Ja, aber du klingst, als würdest du das nicht wollen. Ich will nur, dass du auch sicher bist. Was? Meinst du, ich habe Angst vor denen? Nein. Seit wie vielen Monaten mache ich das jetzt? Ich habe auf Polizisten geschossen. Alles. Ich kenne die doch. Ich weiß doch genau. Und soll ich dir nur was verraten? Ja. Mein Kumpel aus der Highschool. Mein Kumpel. Die kennen den gar nicht. Die haben gar keine Ahnung, wer der ist. Mein Kumpel. Alles, was wir je erbeutet haben. Für aus den Geisernamen. Und aus den Überfällen. Alles. Jeden Schlagstück. Jede Schutzweste. Alles. Lagert mein Kumpel. Und der wird denen niemals was geben. Welcher Kumpel? Wir werden ihn noch niemals finden. Welcher Kumpel? Ja, ich habe mit einem Freund. Ach so? Damals von der Schule. Oh. Der ihr ganzes Vermögen liegt in meiner Hand. Alles. Gilder. Die zwei SMGs, die wir haben. Meine. Alle Taser. Schlagstücke. Schutzwesten. Polizeiuniform. Alles. Gehört mir. Und die werden niemals herausfinden, wo die Sachen sind. Weil ich mich habe, ich habe mich darum gekümmert. Weil die zu faul waren. Ich bin der Vater. Neu geboren. Weißt du, wie viel Geld das ist, was wir da haben? Das sind locker 10 Millionen Dollar. Da werden nicht sogar mehr. Moment mal. Der Typ will doch auch was von uns. Ja. Der will die Schlüssel. Und ich weiß, ob er Schlüssel hat. Und das weiß auch wieder nur ich. Weil sich da wieder auch keiner drum gekümmert hat. Weil die nämlich alle mit der Nase hochlaufen. Arogant sind. Und denken, die hätten in der Stadt irgendwas zu melden. Und sind die großen Macker. Ich höre zu. Ich rede mit jedem. Ich weiß genau, wer Schlüssel für die Buden hat. Und ich komme auch da dran. Und wenn ich nicht da dran komme, habe ich Druckmittel, um da dran zu kommen. Weil ich hau nicht zu. Wenn ich zuschlage, dann zerstöre ich Leben. Ich zerstöre Existenzen. Ich kann cool dir dem Gefallen tun. Und dann haben wir die Möglichkeit. Wenn du die Möglichkeit nicht ergreifen möchtest, dann geh ruhig zurück. Ich will ja nur, dass du glücklich bist. Ich werde schon klarkommen. Wenn ich will, brennt ja alles. Ich bin Curtis Cush, Sohn von Manfred Lentz. Ich bin geborener Sykesinjana. Achu. Ich habe zwar meinen Papa nie kennengelernt. Aber ich weiß, dass es ein taffer Motherfucker war. Der hat richtig gebumst. Wer will meinen Papa finden, kannst du meinen Papa ja kennen. Vielleicht kann der ja auch dein Papa werden. Nein, warte. Nein, das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Das bleibt mein Papa. Such den eigenen. Meiner ist, glaube ich, tot. Echt? Ja, ich glaube schon. Mama hat was erzählt. Wo ist deine Mama? In der Psychotrie. Psychotrie? Ja, die ist durchgedreht. Ich habe mich allein großgezogen. Und habe immer versucht, den geraden Weg zu gehen. Bis zu meinem Abschluss. Die können mich am Aufschlecken. Wenn die, wenn die dir was tun wollen, weil du, weil du die ganzen Sachen hast. Hm? Was, wenn die dir was tun wollen, weil du die ganzen Sachen hast. Dafür müssen wir uns erstmal finden. Oh, und wo sind wir? Irgendwo in der Stadt. Und selbst wenn die uns finden, was sollen die machen? Tod bringe ich denen gar nichts. Außerdem sind wir nicht komplett alleine. Ich weiß ganz genau, ob du JFK auf unserer Seite ist. Ja. Aber ich vertraue nicht mal mehr Giffy. Warum? Weiß nicht. Und Demba? Demba vertraue ich nur. Demba ist nur mein Cousin gewesen. Wir haben Sand gegessen. Ja. Ihr seid komisch. Wo fahren wir hin? Weiß nicht rum, wo wir zu hören. Ich überlege, wo wir hin, wo wir schlafen könnten. Wir bauen uns weiter auf den Berg, wo wir... Achso, ja klar. Was für ein Berg? Ja, klar. Ich glaube, wir sollten erstmal die Karre loswerden. Bin. Jetzt muss ich überlegen, wenn ich vertrauen kann. Opa will in den Bunker. Ich habe kein Handy mehr. Hast du nur Handy? Ja, komm. Ruf dir mal ein Bild her an. Okay. Was soll ich sagen, genau? Ich frage den, ob der uns ein Auto besuchen kann. Und der soll niemandem davon erzählen. Ja, wo bist du gerade? Illegales Autorennen. Also hast du gerade keine Zeit? Das ist okay. Ein Auto. Sag, der Opa will die Bunker so kommen. Wir müssen uns mit ihm treffen. Der ist bei einem eleganten Autorenntest. Mila. Opa will die Bunker, das ist echt sehr, sehr wichtig. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Es ist Leben und Tod. Wir brauchen ein Auto und niemand darf davon wissen. Niemand. Absolut niemand. Komm, Mila, wir laufen. Super, das ist echt lieb. Du bist in Sandy Shows. Ich war, wo, wo sind wir? Sag zum Planetarium oder? Komm zum Planetarium. Wo, wo, das ist, ähm, das ist, wo. Über Weinewurt. Über Weinewurt. Ich glaube, da ist zu viel los für uns. Ja. Ähm. Dann soll der zur Bäckerei kommen. Kannst du zur Bäckerei kommen? Komm, wir laufen schon mal. Wie viele Minuten? Du fährst jetzt nicht dieses scheiß Rennen. Wir brauchen dich Ding. Opa, das hier ist Leben. Zehn Minuten. Okay. Ist gleich. Was denn? Macht ihr dies blöderen jetzt noch? Aber er sagt, zehn Minuten ist er hier. Geiße, hätte ich jetzt meine Haarkammer, dann könnte ich gucken, dass ich ein Auto hier aufbreche. Was wird mein Ohrring versuchen? Nein, war nur Spaß. Bin nicht geschickt. Ja, nicht der Hund an sich, sondern der ihr verhalten hat. Der P-Gefickt jetzt. Also, verändert. Möder, du musst 200 Prozent hinter mir stehen, ne? Ja. Das ist jetzt, ja, du. Du klingst schon wieder so, als wäre, hätte ich dir jetzt gedroht. Nein, nein, ich mach das. Du musst das für dich selber wissen, weil, wenn du nicht hinter mir stehst, stehst du mit dem Weg und dann musst du gehen. Nein, ich stehe hinter. Und wir sind nicht daran schuld. die haben sich scheiß verhalten die haben immer sachen über alles angestellt wenn ich nur daran denke diese blöde gequatsche die ganze zeit über die familie bist du befordert ich weiß nicht was ich das ist ein bisschen viel ich war noch nie in so einer situation und mich rüft schon wieder irgendwer an die haben von nicht rein sie scheißen sich jetzt nehme ich in die hose die haben mitbekommen dass jemand mit uns reden will eine wichtige person und dass der nur mit mir quatschen will und jetzt haben die schiss aber der war auch heute am junkie park weißt du ich denke der wird da auch so noch mal hin nein das sogar telefoniert das habe ich was mit dem beschlossen mit handschlag um nämlich uns abzusichern ich habe ich habe nämlich zu dem gesagt unter eine bedingung funktioniert das alles wenn er nur geschäfte mit mir macht mit keinem anderen aus dem park und der hat zu mir gesagt er wird mit keinem anderen quatschen der war schon im park aber hätte der da niemanden getroffen also mich nicht getroffen oder so dann weil da hätte mit niemanden gequatschen werden pech gehabt die haben jetzt angst dass sie das geschäft verpassen wahrscheinlich haben die angst dass die alle verraten werde weißt du was ich alles machen könnte jetzt diese ganzen sachen mit dem fische fisch und so ich könnte zu dem hingehen und könnte sagen pass auf was sie versuchen ist eine pfinde dass wir mal eine idee die wohl nicht aufnehmen alles die ganzen pläne was die pro haben ich könnte alles verraten wenn du sagst dass das dein panisch wer bekommt ärger tust du mir gefallen ja ruf nur mal ob er will die bunke an sagt zur bäckerei und dann schmeißt dein handy weg weil ich triggere gleich richtig durch wenn die jetzt die ganze zeit permanent anrufen wahrscheinlich kommen die gleich sogar um die ecke gefahren und finden uns wegen satellit im rufsack du kommst gleich zur bäckerei ich muss mein handy jetzt wegwerfen ich weiß nicht ich habe die nummer nicht eingespeichert komm mit drücken bis hin hab ich mich jetzt erschrocken ich habe die nummer nicht so dass du sein alles über der warte doch lass gleich reden lass laufen Aha. Dup, dupi, dup, dup. Eine von euch. Warum laufe ich vor? Ich weiß gar nicht, wo lang. Einfach gerade los. Warum hast du gerade du telefoniert? Als wir mit dem getroffen haben? Ähm, ähm, mit Tyrese und wir fahrt das Film, glaube ich. Ich habe die ganzen Nummern nicht eingespeichert und manchmal hören die sich alle am Telefon gleich an. Die reden nur alle gleich. Das hört sich an ihn so. Vielen Dank. KOMMIT, KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT! KOMMIT, KOMMIT! 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 leute die ich nie gesehen habe ob er will die bunker schuldigen dass du dich weg bräuchten da mussten wir haben das coole rennen mann da bist du denn wie wer bist du denn du kennst mich noch tommy ja ich bin vom politischen er hätte eine kumfukus beladet er hat mich gerade gemacht kann so bitte nicht in die innenstadt fahren das ist ein cage ach so okay aber mir sagt mir den weg ich fahre sonst wieder nach gerade 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 aber auch immer ja 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 ich bin noch voll im rennenfieber ein fahrer erfüllt die quote hier der blaue hier der benordnung ja wir haben auch erst mal keine ernest ne okay ihr meldet euch bei mir melden und was bitte ich hoffe ja nicht darf ich guck mal im kofferraum aber da dürfte eigentlich nichts illegales drin sein sie sind nur klamotten ok sonst schmeißt er raus ok was bitte auf euch auf das hoffe ich nicht ich wollte doch noch zu eurer hochzeit ich wollte ja genau der blasen gesagt ich brauche einen schlüssel ja ja ich dachte er hat dir den gekippt ich habe ja tommy hast du den gekriegt vom scherbrek doch guck mal ja guck mal tommy 1 ach so tommy 2 meister tommy 2 ne tommy 1 ja ja stimmt ja 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 gib dir mal den kürtis kutsch war ja ja mit du du penner danke ja bitteschön und opa will die bunka ja zu keinem ein wort auch nicht von unseren leuten wenn die fragen ob du uns gesehen hast er braucht ihr nicht was anderes lieber ok ich habe nichts gesehen ich habe auch keinen gesagt und auch du tommy ne 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 ich sag nicht aber braucht ihr nicht was anderes was brauchen wir nicht was anderes das ist doch auffälliger ne was haben wir denn den dubster aber der ist auch auffällig oder ne der passt schon also dann gib den scherbrek dann gib ich den dubster ne passt schon der scherbrek passt ok ne ich habe auch gar nichts gesagt wo wir hin auch nicht von unseren leuten ne nein ich habe auch nichts gesagt wo wir hin Steffi war ja auch dabei ich habe gesagt ich muss ganz dringend jemandem helfen Jutta gibt mir einen schlüssel und ich war weg ok danke tschüss 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 ihr lieben mach keine scheiße ne so wir fahren jetzt wieder zum rennen ne ich habe gesagt mach keine scheiße also ich na die ja ja ne tschüss tschüss kann das sein dass du ein bisschen nervös bist ja ja sehr ich bin ziemlich nervös mach dir keine sorgen ach du oh je ich bin mit 20 Wester gewaschen was die da immer fabrizieren das kenne ich alle schon aus Filme ich habe nie diese Filme gesehen ich habe vor allem tschüss 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 und stirb langsam habe ich geguckt und alles hey das habe ich auch mal geguckt ich adaptiere einfach deren Verhalten ok also sind wir jetzt die Nachtschicht nein wir sind nicht die Nachtschicht wir sind die absolute Zerstörung wir sind jetzt Diablo wir sind jetzt Butterfly Effect erstmal werden die das Auto den Eskelet urten und dann werden die den in der Villa finden und denken haha die sind bestimmt da drin schlafen aber das sind wir gar nicht voll gut wir haben uns das erste Mal aus der Stadt ok probieren neue Klamotten und neue Frisuren ja endlich eine Kutte nein keine Kutte müssen wir uns unauffällig anziehen wie normale Durchschnittsverdiener nicht so reiche wie wir ok ich muss jetzt planen was wir machen mhm wir brauchen einen abgelegenen Ort ja wir können auf den Berg kuscheln was aber ich hab schon so ne Ahnung wo wir hin gehen können ok warst du schon mit Zelten? mhm 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 du meinst sonst äpfrieren wir äpfrieren? ja sonst äpfrieren wir ok 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 ich jetzt spielte einfach irgendwas mit Bohnen Vielleicht können wir auf dem Schiff von meinem Papa schlafen. Da müssen wir schwimmen. Ja, richtig. Und die Luft vom Meer ist noch kälter dann. Ja. Da muss ich noch mehr Bohnen. Ich mag echt nicht gerne Bohnen. Dir das Böhnchen gibt ein Töhnchen. Ich bin Mila. Ich hasse dieses Lied. Wir brauchen Verfähigung und neue Klamotten. Ich habe noch eine Käse-Sahne-Torte. Ja. Ich will gar nicht wissen, wo du die Bohnen kaufst. Schleppst du die ganze Zeit eine Torte mit dir rum. Du bist ja ein halber Curtis. Oh mein Gott. Oh je, Mini. Vielleicht können wir bald die Tierärztin schaffen. In ihrer Paxis. Das ist so unfällig. Auffällig. Erst mal Haarum-Sahne. Okay. Ich glaube, ich muss eine Peluge kaufen. Ich auch. Baby, Baby, Baby. Wie sieht denn jedes Mädchen aus? Weiß nicht. Guck mal, ich habe die Durets dran geklebt. Ja. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ein Problem. Ich nehme einfach eine richtig beschissene Fisur. Katze. Ein Katze wäre schon cool. Ui. 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 Und Harpfarbe wollen dann. Ja. Ich nehme die. Die sieht scheiße aus. In rosa. Nee, warte. Nein, nicht so unfällig. Okay. Dann schwarz. Ja. Ich sehe aus wie scheiße. Ich sehe aus wie scheiße. Ich sehe aus wie ein Bubi. Wow. Das ist sie. Ja. Ich fühle mich wohl. Okay. Komm. Von Tatsnissen? Ja, habe ich auch meinen rausgenommen. Okay. Eigentlich kann ich wieder was sehen. Okay. Okay. Marto. Wollt gar nicht fahren. Ich rutsche rüber. Wir brauchen nur Verfägung. Ja. Kann man nur was essen kaufen. Wir brauchen viel Verfägung. Ja. Boah, das heißt keine Kostor. Das ist ein Licker. Das steht doch da. Ja, vielleicht verkaufen wir, wo essen. Oder auch nicht. Doch, Streuseldonuts. Deck dich mit Donuts ein. Ja, Fett. Nee, die haben auch Hamburger. Wo? Alter. Okay, du kaufst Hamburger. Ich kauf Donuts. Okay. Viele. Fuck, die haben nur Alkohol hier. Ja, dann wird uns nicht kalt diese Nacht. Ja, ich kauf mal, damit uns nicht kalt wird, drei Flaschen Wodka. Okay. Da musst du nochersprechen. Ich hör mal. Hahaha. Wir fangen an, wir müssen älter vorbei. Aber jetzt nicht auf Mulde achten. Oh mein Gott. Nicht auf Mulde achten, ne? Zagi, zagi, Hühnerkagi. Zagi, zagi, Hühnerkagi. Nichts, was nach Straße aussieht. Ja, ich brauche erstmal nicht. Und eher dunkle Sachen. Dunkle? Ja. Und ich sag noch nicht auf Mulde achten. Ich sag noch nicht auf Mulde achten. Meine Presse, Alter. Ui. Boah, streck gleich durch, ne? Zirgutus! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das sieht voll cool aus. Ja, oder? Ja, du bist von George. Okay. Jetzt habe ich Bock auf Franzbrötchen. Ich buche noch. So. So. okay das natürlich das sieht gut aus zum zelten aber wir schießen so viel die sachen durch den kopf was die anderen sachen wegwerfen ich meine wenn die uns finden finden und selber da ist zu viel ballast stufe und immer mit karte bezahlen nein immer bargeld bezahlen so war das in dem film ja gut dann doch mit karte das können die natürlich nicht zurückverfolgen das geld abnehmen können die übrigens nicht verfolgen egal wir sind nur keine profis ja als ob die darauf kommen oder ach quatsch so schlosseln ja und wir sind eher unterwegs okay aber alles okay gut nicht mehr sprich warte mal du hast einen ruck an ne ja oh das wird kalt nicht schlimm ich werde dich mit meinem stehleinem körper wärmeln vielleicht finden wir ja nur ein paar pönner decken da ja wo ich habe übrigens 83.000 dollar hast du alles nein ich habe nicht alles abgeholt die werden doch nicht die karte zu verfolgen so schlosseln die nicht ich habe nicht mehr so viel ich habe 15.000 glaube ich weil ich habe letztlich was zum aufbauen Mädchen wenn ich Geld habe hast du Geld mach dir keine Sorgen und wenn nicht gehen wir Shops hochnehmen wir brauchen Geld wenn uns das Geld ausgeht ich wollte zu diesem Leuchtturm aber da die Gangster aus der Stadt immer so schlau sind und genau in so abgelegenen Orten nachgucken wenn die jemanden suchen fahren wir dann doch nicht hin wir werden uns darauf halten wo auch Menschen sind hier sieht gut aus oh ja hier sehe ich öfter Menschen ne aber hier in der Nähe sind Menschen aber hier ist auch hier ist auch irgendwo hier dehnen die auch die Joints irgendwo aber du nicht hier aber hier in der Nähe ok fangen wir weiter ich meine ja nur nicht dass die Jungs auf die Idee kommen arbeiten zu gehen das sind ganz raffinierte Leute ich weiß wo wir hinfahren ok was mit Sandy Shows wer ist schon ein Sandy Shows ne pfone press mir einfach in den Twilight ok essen war nur was essen ich habe dir was gekauft damit du nicht so traurig bist damit du nicht so traurig bist dankeschön eine Perline und einen Ananassaft dann stell dich schon mal ein vielleicht finden wir noch eine Lösung aber entweder knallt oder es knallt ok das sind nicht viele Optionen vielleicht kommen wir jetzt zur Ruhe her vielleicht mache ich dir ein paar Babys was 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 ach ne ich habe gerade nach draußen geguckt und habe so meine Kinder gesehen wie die über das Feld rennen und so und mit Gummireifen spielen und gegen Mülltonnen treten und Westside Zeichen machen mit der Hand und Hagen Westschreiben da ist ein bisschen in mir der Familienverhalten durchgekommen aber ich glaube dafür ist noch keine Zeit ah nein 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 tja dann hättest du Kondome kaufen sollen wir können auch ohne also ich meine ich meine ich meine ohne ich kann auch ohne das zu machen weißt du nein nein es ist erstmal keine Zeit für Sex the Dime ja genau genau das habe ich ja gemeint wir müssen richtig hart sein aber auf andere Art und Weise ja genau genau erstmal haben wir jetzt alle unsere Spulen verwischt mhm solange Opa will die Wohngründe uns nicht bereit aber der hat mir schon hundertmal gesagt der hat mich lieb ja ich habe mal einen Film geguckt der hieß der hieß Rampo wie? Rampo das war ein Typ oben ohne der da vorne in die Welt herumgerannt ist und alle seinen Feinde vernichtet hat wow vielleicht kopiere ich was aus dem Film der alte Polne in die Wilder bei die Bäume vielleicht werden wir auch Wildmenschen morgen müssen wir uns ein Handy besorgen Mila, Hunger achso, ja wir müssen uns ein Handy besorgen und wir müssen bei der Polizei anrufen und was machen wir bei der Polizei? wir müssen denen nur sagen dass wir dass es uns gut geht und wir wir uns ein bisschen zurückgezogen haben und wenn jemand andruckt von unserer Familie dass die uns nicht als vermisst melden können dass die Polizei hinter uns ist und uns sucht verstehst du? ja sonst geben die vermissten Anzeige auf und dann sucht die Polizei auch nach uns ja so geben wir dem vorher schon mal unser Protokoll dass es uns gut geht und wir nur einen Aushalt brauchen und dann halten wir nur Kontakt zu weiß nicht Denver ich weiß nicht wem noch Schoko Schoko vertraue ich auch Schoko ist ein das ist ein richtiger Mann echt? mhm und Abo auch Abo ist auch ein Freund Meinst du du bekommst den Trailer gleich auf? ähm Ka Ka meine Ohren hier ist gemisst ich kann alles damit ich bin ein Playboy ich knacke alles nein ich bin schlecht da drin deshalb musst du das machen hoffentlich haben die hoffentlich haben die ein heißer Hund drin hat man so ein YouTube Tutorial von Bibel den Hundesohn ja hat er sich wieder geschminkt der Wichser? ne ne hat es eingebrochen also Dembo und Choco und Jeff K ach stimmt Jeff K auch Jeff K ist auch mein Freund dann muss ich jetzt gleich überlegen hörst du den Bobo? ja der hat mich ein bisschen ein Pinut ja aber Pinut der ist jetzt ganz alleine da nein der Pinut der Pinut das ist in seiner Hut der weiß genug wo der hingeht da ok der kennt das alles nicht dass die Pinut was tun haben die doch schon ja ich bin ganz schön ich bin ganz schön aufgeregt das war echt irgendwie viel heute das war zu viel die haben uns produziert da schön schon wieder ist bestimmt ein kleiner Labradoodle 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 mit einem Digi-Doo auf dem Rücken Digi-Doo kommen wir versuchen den Toilet aufzubekommen ja ok sollen wir reingehen schlafen ok hier findet uns keiner einer ich glaube hier wird nur in Not gelandet oder wird neues Leder gebracht für die Kutte zieh die Kutte aus zieh die Kutte aus weil du die Stärke bist musst du die Tür aufbrechen ja kriegst du erstellen und mit machst du mit Ohrringen ja ich hab's gleich glaube ich ja Jackpot ist auf ok ja ok du schon mal ein ich geh nochmal gucken wegen dem Auto ob ich abgeschlossen hab bis gleich ne keine Geister mehr heute jetzt bin ich hier wieder bis 1,2 Uhr unterwegs das geht nicht warum mein Schönheitsschlaf freut euch doch auf morgen aus dem hab ich gar keine Super Nintendo mehr stimmt hab ich unnötig ich wurde heute verraten von verstoßen und verraten von meiner eigenen Familie ab wann morgen immer 19 Uhr hä verraten verstoßen alles ohrlich heute von einem dreckigen Wixer danke übrigens für die Re-Subs und Subs die noch reingekommen sind die ich nicht vorgelesen habe aber ich war straight drinnen aber was sagen auch wenn mich das mit dem Mund sauer gemacht hat mich auch Bruder mich auch ich heule auch im Stream ja ich bin gespannt mal gucken was passiert ich weiß noch nicht genau wie ich vorgehe aber wenn ich mich dazu entscheide das knallt dann knallt richtig Alter ist mir scheißegal könnte mich am Arsch lecken die Aktion mit dem Hund war mehr aber hat mega das EP auch sehr das stimmt das stimmt beschäftigt dich das nein man ich kann OC und IC trennen Alter das juckt mich hier nix OC ist doch gut für mich so hab ich endlich mal was zu tun anstatt da rumzudrehen und mich zu langweilen Alter wer weiß was passiert mal gucken ich hab auf jeden Fall einige Druckmittel in der Hand selbst wenn das mit diesen Typen der da vorhin war nicht funktioniert so hab ich immer noch das ganze Polizeiequipment womit ich mich absichern kann und die Informationen ich könnte auch so richtiges Snitch-RP machen Alter und alle verraten und so ich könnte auch den Fischer warnen und all die ganze ich könnte alles Junge ich könnte richtig rein snitchen und meine eigene Sache aufbauen und gegen die Ecken und gegen die alle so weil ich hab keine Angst von denen ich nehm das auch nicht wirklich ernst was da gemacht wird warum wird das nicht angezeigt ja Twitch kackt heute ab Pyro dankeschön für den Prime im 19 er zeigt mir das rechts nicht an ich bin nicht sauer du kannst mir geh nix kläge ich rede auch nicht von dir so ich hoffe ihr hattet Spaß ich hatte Spaß ich hab echt Bock ich wünsch euch ne wunderschöne gute Nacht bist doch immer noch OG von den Yardis ja da wird es sich dann zeigen wenn das knallt da wird es sich dann wirklich zeigen so wer hinter dem Charakter steht wer mir vielleicht sogar hilft ja Tyrese ich musste weg sorry das wirst du aber im App alles neu erfahren du hast dich auch gar nicht dafür interessiert du Wixer bis auf ne Schuhen äh ich hoffe ihr hattet Spaß ich hab mega Bock ich wünsch euch ne wunderschöne gute Nacht schlaft alle gut lasst euch nie ancoachen danke für den Support danke für alles ich küsse auf Augen und ab geht die Fahrt tschüss bis morgen tschüss bis morgen tschüss 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 tsch 있 Untertitelung des ZDF, 2020